Die schlechte Nachricht ist, dass Herr Machnick, der Staatssekretär Matthias Machnick, im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgesagt hat, kurzfristig, gestern Nachmittag. Die Gute ist, dass Herr Professor Feld stattdessen mit aufs Podium gegangen ist, noch mal für diese Schlussrunde, der Sie auch einleiten wird mit einigen Thesen, die ein Versuch eines Resümes, eines Extrakts der bisherigen Diskussion aus seiner Sicht sind. Ich stelle Ihnen aber vorab noch mal, soweit das überhaupt nötig ist, unsere beiden anderen Mitglieder hier auf dem Schlusspodium vor. Zu meiner Rechten kennen alle, die auch nur entfernt etwas mit grüner Politik am Hut haben oder sie wenigstens beobachten. Anton Hofreiter, populärer als Toni Hofreiter, seit Oktober 2013 einer der beiden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 die Grünen im Deutschen Bundestag, seit 2005 Abgeordneter im Bundestag und wenn ich noch mal ein bisschen zurückgehe in seiner Biografie, seit 86 bei den Grünen, also doch schon auch eine sehr lange Wegstrecke. und was ich immer gern hervorhebe, nicht nur weil ich das Fach mag, sondern weil das auch noch mal eine spezielle Qualifikation, vor allem in der Debatte über Ökologie, bedeutet, er ist promovierter Biologe. Herzlich willkommen, Toni. Herr Prof. Feld, kennen Sie schon alle, nicht nur Direktor des Eucken-Instituts und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also einer der Wirtschaftsweisen, sondern auch Kooperationspartner für diese Tagung, wofür ich mich noch mal ganz herzlich bedanken möchte. Für diejenigen, die nicht dabei gewesen sein sollten, wir haben uns beide bei der Eröffnung gestern auf eine Tagung bezogen, die schon vor mehr als zehn Jahren stattgefunden hat in Freiburg, damals schon zusammen Böll-Stiftung und Eucken-Institut, wo dieses Thema, was taugt eigentlich der Ansatz des Autoliberalismus für Grüne, Wirtschaftspolitik schon mal sehr gründlich diskutiert worden ist. Und last not least natürlich, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und auch wirklich gekommen sind. Jens Spahn, ebenfalls Mitglied des Deutschen Bundestags und frischgebackener Staatssekretär im Bundesministerium in einer Woche erst. Also in Späh, Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen noch mal herzlichen Glückwunsch. Sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich hoffe, dass Sie noch rechtzeitig kommen, um irgendwas Konstruktives für die Euro-Krise tun zu können. Er ist gelernter Bankkaufmann, hat dann Politik und Rechtswissenschaften studiert und ist auch schon eine lange Zeit, nämlich seit 2002 im Bundestag und hat sich dort vor allem als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU und CSU profiliert. Herzlich willkommen. So, wir werden spätestens Viertel vor vier hier Schluss machen. Insofern kurze, prägnante Diskussionen, keine langen Einführungen, außer jetzt von Professor Feld, der noch mal den Aufschlag machen wird mit einem Brösemi aus seiner Sicht. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Füchs. Ja, Herr Spahn sagte gerade zu mir, ich dachte, die wird auch kurz und prägnant. Ich versuche es mal, so kurz und prägnant zu sein, wie es geht. Wie gesagt, das ist von der Tagesordnung her die Vorstellung von zehn Thesen zur grünen Ordnungspolitik, aber im Grunde nichts anderes als aus meiner Sicht eine gewisse Zusammenfassung der Tagung bis zu dem Punkt, den wir ja jetzt auch auf dem Podium noch diskutieren werden, als zehnten Punkt, nämlich Fragen nachhaltiger öffentlicher Finanzen. Die anderen neun können wir auch schon retrospektiv in gewisser Weise beurteilen. Der Ausgangspunkt, den hat Herr Füchs auch genannt, für unsere Betrachtung auf dieser Tagung war, dass vor 15 Jahren schon mal etwas Ähnliches stattgefunden hat und wir die Gelegenheit nutzen wollten, zu diskutieren, was die Schnittstellen sind, die Frage, wie Ordnungspolitik für die grüne Wirtschaftspolitik bedeutsam sein kann. Und wenn man da die 15 Jahre Revue passieren lässt, muss man sagen, dass eigentlich relativ viel in dieser Hinsicht passiert ist, dass einige Fragen, die damals diskutiert worden sind, zur Wirtschaftspolitik verschiedener Bundesregierungen geworden sind und man dabei immer wieder versucht hat, auf die ordnungspolitischen Grundregeln zu rekurrieren in der einen oder anderen Form. Was wir diskutiert haben auf dieser Konferenz gleich zu Beginn, ist das Grundprinzip der Ordnungsauftrag der Politik sozusagen, nämlich, dass politische Rahmenbedingungen gestaltet werden sollten, im ordnungspolitischen Sinne, dass man also den Rahmen für die wirtschaftlichen Akteure festlegt und möglichst wenig in die direkten Marktprozesse hinein regiert. Das heißt, man muss sich dann immer noch mal fragen, was sind die richtigen ordnungspolitischen Instrumente? Wir haben intensiv darüber debattiert, hatten aber eigentlich schon gleich auf dem ersten Panel den Konsens, dass die Ordnungspolitik als Anker dient und man sich dann im nächsten Schritt eben fragt, was ist erreichbar im politischen Umfeld ausgehend von diesem Anker? Da hat man natürlich als Ordnungspolitiker die Vorstellung, dass vor allen Dingen preisliche Mechanismen gewählt werden, um unerwünschte Marktzustände zu korrigieren. Das lässt sich ganz gut verbinden mit einem Prinzip, das immer noch, ich sage jetzt immer noch, nachdem ich das weiß, dass es immer noch ist, im grünen Grundsatzprogramm steht, nämlich so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Und ich habe den Eindruck, dass das ganz viele unterschreiben können. Die Diskussion ist im nächsten Schritt gemündet in die Frage, wie externe Kosten internalisiert werden können. Also wir haben uns mit dem Thema Preiswahrheit befasst, damit, dass Marktversagenstatbestände auftreten und man versuchen sollte, Marktversagenstatbestände zu korrigieren. Das gilt vor allen Dingen für starke Externalitäten, wie wir sie etwa in verschiedenen Umweltschutzproblematiken haben, insbesondere aber im Klimaschutz. Und auch da war klar, dass es sinnvoll ist, abzuschichten, also sich zu fragen, wie schaffe ich das mit wenig Markteingriffen, wenn es nicht realisierbar ist, was ist sozusagen der nächste Schritt. Steuerliche Maßnahmen wie die Ökosteuer oder andere preisliche Maßnahmen wie die Emissionszertifikate auf EU-Ebene. Und wir waren uns schon auch einig darüber, dass weitgehende Subventionierungen allerhöchstens vorübergehend funktionieren können. Das, was wir zur Überprüfung des EEG diskutiert haben, war deshalb eine Kanalisierung dieser Subventionspraxis in eine stärkere Marktorientierung hinein. Bei den preislichen Instrumenten ging es um die Frage, na ja, warum sind die eigentlich so in den Hintergrund getreten? In der Vergangenheit haben Ökosteuern eine große Rolle gespielt. Im Zeitablauf dürfen wir feststellen, dass es bei den Ökosteuern als Mengensteuer eine kalte Regression gibt, dass sie also letztlich von der Effektivität heute einen geringeren preislichen Anreiz setzen als zum Zeitpunkt ihrer Einführung. Und was wir auch feststellen können, ist das Übliche, dass sehr viele Ausnahmetatbestände im Zeitablauf geschaffen worden sind, deren Rückführung alleine bereits lenkende Effekte haben kann. Am Nachmittag des gestrigen Tages sind wir in verschiedene Parallelsessions gegangen mit unterschiedlichen Themen, auch sehr kontroversen Linien immer wieder, die dann aufgetreten sind in den Diskussionen. Erstaunlicherweise ist beim Thema Industrie 4.0 deutlich weniger über die Infrastrukturerfordernisse wie den Breitbandausbau gesprochen worden, als mehr über Datenschutzfragen und Datenproblematiken. Da möchte ich gleich schon mal ketzerisch hinzufügen, das Thema Industrie 4.0 ist vor allen Dingen ein Thema des geringen Produktivitätswachstums in der deutschen Wirtschaft seit der Finanzkrise. und der Frage, wie stellen wir uns auf die zukünftigen Herausforderungen ein. Das heißt, man muss sich hier fragen, welche Innovationspolitik benötigt man, wie setzt man den Rahmen geeignet, damit sich die deutsche Wirtschaft auch in Zukunft, genauso wie in der Vergangenheit, als erfolgreich herausstellen kann, indem sie eben diese Innovationen annimmt. Was in der zweiten Parallelsession, in der zweiten Arbeitsgruppe zum Thema Ordnungspolitik für die Energiewende über das hinaus diskutiert worden ist, was wir schon am Morgen diskutiert hatten, das waren vor allen Dingen internationale Dimensionen, nämlich einmal die Frage, inwiefern kann eine erfolgreiche Bewältigung der Energiewende in Deutschland vorbildhaft sein weltweit. Da wird immer wieder China bemüht, als Beispiel für ein Land, das bereit ist, in einem gewissen Ausmaß CO2-Emissionen zurückzuführen und damit auch auf Technologien zurückzugreifen, die gerade auch in Deutschland entwickelt worden sind, die dann auch weiterzuentwickeln, auch wettbewerbsfähig zu sein international. Dagegenhalten muss man vielleicht andere Länder, die aus der Idee, eine Energiewende herbeizuführen, ausgeschieden sind, weil sie das deutsche Beispiel als abschreckend empfinden, weil zu teuer. Das heißt mit anderen Worten, wenn man dafür sorgen will, dass über China hinaus auch andere Länder mitmachen, also mein Beispiel ist dann Australien, das ich dagegen halten kann, wenn man für andere Länder vorbildhaft sein will, dann muss man in den nächsten Schritten dafür sorgen, dass diese Energiewende kostengünstiger bewältigt wird als bisher. Aber wichtiger noch, Klimaschutz ist ein globales Problem. Und das ist sozusagen unsere schwierigste Frage, wie man das Ziel des Klimaschutzes so bewerkstelligt, dass die anderen Länder der Erde auch mitmachen. Und wie man im Verhandlungsprozess durchsetzt, dass man sich nicht schwächt, dadurch, dass man Vorreiterrollen übernimmt. Auch diese Frage muss letztlich diskutiert werden, denn wenn man quasi vorprescht bei der Bereitstellung eines globalen öffentlichen Gutes, dann schwächt man den Anreiz, für die anderen mitzumachen. Und ich denke da gar nicht an China oder Indien, sondern vor allen Dingen an die USA. Das dritte Thema der Parallelsessions war die Frage, wie sieht ein wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmen für Europa aus? Da habe ich den Eindruck, bei der Zusammenfassung, ich war selbst leider nicht in der Session, eine Zusammenfassung der Diskussion aus dieser Sitzung, dass die Grundlinien, sozusagen der ordnungspolitische Rahmen, den wir grundsätzlich für die Währungsunion gewählt haben, nicht so sehr in Frage gestellt worden ist. Sondern, dass es eher darum ging, welche Ergänzungen braucht man in Zukunft, beispielsweise eine Insolvenzordnung für Staaten. Und da hatte ich schon auch den Eindruck, dass das nahezu auch Konsens gewesen ist. Aber was das bedeutet und wie man dann mit bestimmten Fällen umgeht, wie jetzt dem aktuellen Fall Griechenland, da gingen die Meinungen wieder auseinander. Also ob man, das hatten wir schon auch auf dem Podium, Herr Füchse und ich beispielsweise, ob man mit der Rettungspolitik so fortfährt, wie sie jetzt aufgegleist ist, oder den griechischen Anliegen weitergehend entgegenkommt, insbesondere mit einem aktuellen Schuldenschnitt, das hat gewisse Konfliktlinien aufgezeigt. Ich war in der Session zu dem Thema föderale Finanzbeziehungen und kann da sagen, dass wir in der kleinen Gruppe, die wir waren, also Föderalismus ist nun wirklich nicht sexy, das weiß ich auch schon seit vielen Jahren, aber das ist eigentlich eher ein abschreckendes Thema für die meisten Menschen. Wir hatten eigentlich einen ziemlich großen Konsens, nämlich dahingehend, dass in diesen vier Ebenen, in denen sich Deutschland befindet, nämlich die kommunale, die Länder, die Bundes- und die europäische Ebene, die Länder Schwierigkeiten haben. Sie haben einen deutlichen Bedeutungsverlust und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ihre Entscheidungskompetenzen im Zeitablauf deutlich zurückgegangen sind. Und das, obwohl wir eine Föderalismusreform 1 hatten, in der man das gerade korrigieren wollte. Sie sind zurückgegangen, weil die Länder selbst am liebsten Kompetenzen abgeben. Die Ministerpräsidenten koordinieren sich gerne, beziehungsweise die Fachminister koordinieren sich gerne auf bundesdeutscher Ebene, möglichst noch mit dem Bund und haben auf die Art und Weise die Möglichkeit, einerseits ihre eigenen bundespolitischen Ambitionen zu demonstrieren und auf der anderen Seite die Möglichkeit zurückzukehren in ihre Landesparlamente und zu sagen, wir können jetzt nicht mehr anders. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Das Problem, das wir intensiv debattiert haben, ist, in welchem Ausmaß es gerade bei den Asymmetrien, die es im deutschen Bundesstaat zwischen den Ländern gibt, möglich ist, Steuerautonomie einzuführen und damit die Länderparlamente zu stärken. Wenigstens in einem gewissen Rahmen dies zu tun, also indem man Zu- und Abschläge auf die Lohn- und Einkommensteuer von 5 bis 10 Prozent ermöglicht und dann einsteigt und abwartet, was dann passiert, diese Politik evaluiert und sich dann in den nächsten Schritten anschaut, wie die Entwicklung der Länder im weiteren Verlauf ist. Am Abend haben wir intensiv diskutiert in der größeren Runde über Fragen des sozialen Ausgleichs, der Sozialpolitik. Ich glaube, das konsensuale Element dabei war, dass Chancengleichheit und Zugang zu Lebenschancen entscheidend ist und dass dahingehend die Bundesrepublik in den vergangenen Jahren Rückschritte zu verzeichnen hat, nämlich dass die Durchlässigkeit des Bildungssystems etwas abgenommen hat und wir vor allen Dingen einen stärkeren Zusammenhang zwischen Bildungsstand des Elternhauses und Abschluss des Kindes feststellen müssen. Das ist also vor allen Dingen auf den Bildungsstand zu beziehen, weniger auf die Einkommenssituation aus meiner Sicht und viele Fragen, die sich dann anschließen, wo sollte man eigentlich anknüpfen? Welche Rolle spielt frühkindliche Bildung und Ähnliches? Beim Befund hatten wir schon Diskussionen darüber, wie die Situation in Deutschland überhaupt ist. Nämlich, ob das, was wir an Einkommensungleichheit feststellen, im Zeitablauf zugenommen hat oder nicht. Die Schere ist nach den Daten, die ich gerne heranziehe, das sind die allgemeinen Daten, die zur Verfügung stehen, von Seiten des DIW erhoben, nicht weiter auseinandergegangen. Und der nächste Schritt ist dann halt die Frage, wie geht man damit um? Warum ist das nicht so? Was sind die Kräfte, die die Einkommensungleichheit nach oben treiben? Was korrigiert sie nach unten? Meine Hypothese ist, ein Satz, den Gerhard Schröder mal formuliert hat, sozial ist, was Arbeit schafft. Die höhere Beschäftigung, der Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 2005, hat dem weiter steigenden Einkommensungleichheit entgegengewirkt. Heute sind zunächst zwei Themen diskutiert worden. Nämlich einmal das Thema Ordnungspolitik für den digitalen Markt. Wir haben zwei Dimensionen hinsichtlich der großen international agierenden Internetkonzerne diskutiert. Einmal wettbewerbspolitische Fragen. Hier war die Position auf dem Podium eigentlich schon erstaunlich einmütig. Denn Fragen wie die Zerschlagung oder Entflechtung solcher großen Konzerne, was ja bei internationalen Konzernen aus der nationalen Sicht sowieso immer schwierig ist, wurden nicht nur als unrealistisch, sondern auch als eher populistisch angesehen. Vielmehr ging es den Kontrahenten auf dem Podium darum, sicherzustellen, dass man über das Kartellrecht mit weniger eingriffsintensiven Maßnahmen dafür sorgt, dass die Marktstellung bestreitbar bleibt und man auf die Art und Weise zu besseren Ergebnissen für die Konsumenten kommt. Hingegen war beim zweiten Thema Datenschutz, das dort diskutiert war, der Konsens dahingehend, dass es dringend erforderlich ist, die Datenschutzverordnung auf europäischer Ebene zu verabschieden und sie zu verbessern und dann weiterzuentwickeln. Also das Thema Datenschutz erschien fast allen in der Diskussion von heute Morgen als das Wesentlichere bei der Frage Digitalisierung im internationalen Umfeld als die wettbewerbspolitischen. Im Anschluss haben wir Freihandel diskutiert, seine Auswirkungen, die Rahmensetzungen für den Freihandel. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir viel kontroverser über TTIP diskutieren, aber es ist kaum zur Sprache gekommen, außer mal am Rande. Wir haben ganz allgemein und abstrakt über Freihandel und die Integration weniger entwickelter Regionen dieser Erde in die internationale Arbeitsteilung gesprochen, und die Vor- und Nachteile, die das hat. Die Frage, an der sich die Diskussion letztlich schied, war eine, die Hannes Koch ganz gut zusammengefasst hat, nämlich die Frage, ob man über den Freihandel eine Entwicklung erhält, die durch die dadurch bedingten Einkommenssteigerungen zu höheren Standards führt, zu höheren politischen Standards ganz allgemein, ob sie nun Umweltschutz, Sozialstandards oder Menschenrechte verstehen. Es gibt sicherlich andere politische Standards, die man genauso noch hinzufügen könnte, wenn sie beispielsweise an den Verbraucherschutz denken, oder ob man dafür sorgen soll, dass über Freihandelsabkommen, auch über die multilateralen Vereinbarungen, die getroffen werden, diese Standards fixiert werden und auf die Art und Weise international durchgesetzt werden. Das waren sozusagen die Trennlinien in der Diskussion. Ein Punkt, der von vielen als wichtig angesehen wurde, herkommend von Fragen des Braucherschutzes, war die Frage nach dem mündigen Bürger. Wie schafft man es, diese Mündigkeit herzustellen? Dazu sind bestimmte Informationserfordernisse vorzusehen. Und zum anderen bedeutet das schon auch, dass die Bürger als Konsumenten die Möglichkeit haben, ihre Nachfragemacht zu äußern und das immer wieder auch demonstriert haben, in besonders anstößigen Fällen. Dann komme ich in der letzten Minute zum Schluss. Wir werden hoffentlich gleich noch ein bisschen diskutieren über das Thema nachhaltige öffentliche Finanzen. Da weiß ich nicht, wie die Kontroversen sein werden, aber ich versuche sie mal anzuheizen. Meine Auffassung dabei ist die, dass wir auf Dauer nachhaltige öffentliche Finanzen dringend nötig haben, angesichts der demografischen Entwicklung. Ich habe in den gesamten Diskussionen um Staatsverschuldung immer betont, dass man es eigentlich als Ordnungsökonom relativ schwierig hat in der Mitte des Spektrums. Nämlich, Staatsverschuldung ist nicht einfach schädlich in dem Sinne, wie es die Verfechter der sprichwörtlichen schwäbischen Hausfrau immer wieder behaupten. Denn der Staat ist etwas anderes als ein privater Haushalt. Wenn das gut läuft, überlebt der Staat viele Jahrhunderte und hat über seine Möglichkeit, Zwangsabgaben zu erheben, auch die Möglichkeit, sich zu refinanzieren. Deswegen hat er auch die Möglichkeit, sich zu verschulden und das in einem anderen Maße, als es private Haushalte haben. Auf der anderen Seite ist es sicherlich genauso falsch, davon auszugehen, dass man sich permanent bis zur Halskrause verschulden kann, ohne irgendetwas tun zu müssen. Und wir haben einige Beispiele, gerade jetzt aus jüngster Vergangenheit, die zeigen, dass das eben nicht geht. Und das hat sehr stark damit zu tun, wenn man das genauer betrachtet, wie das Verhältnis von Wachstum des Bruttoinlandsproduktes oder das ist letztlich nichts anderes als ein Indikator für die Besteuerungsfähigkeit des Staates und auf der anderen Seite den Zinszahlungen, die man für seine Schulden zu leisten hat, ist. Üblicherweise, und das gilt gerade für die Bundesrepublik, liegen die Zinsen über den Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, das, was man für seinen Schuldendienst zu zahlen hat, ist höher als das, was man an Besteuerungsfähigkeit hat oder Veränderung der Besteuerungsfähigkeit hat, wenn man es genau betrachtet. Es gibt nur wenige Zeiten, in denen das nicht so ist. Wir haben gerade im Moment eine kurze Phase, in der das nicht so ist. Aber vielleicht ist der Mai diesen Jahres schon die Zinswende gewesen. Wenn das aber so ist, wenn die Zinsen höher sind als die Wachstumsraten, dann muss man früher oder später konsolidieren. Und weil es in den guten Zeiten meistens nicht gelingt, die Haushaltsdefizite zurückzuführen, es geht nicht um die schlechten Zeiten, es geht um die guten Zeiten, brauchen staatliche Akteure Hilfsmittel. Und dazu dient die Schuldenbremse. Und ich finde, in der Art und Weise, wie sie heute ausgestaltet ist, ist sie in wesentlichen Dimensionen richtig. Ich würde sie nicht ergänzen durch eine Investitionsorientierung. Ich glaube, damit habe ich die Zeit mehr als ausgeschöpft. Vielen Dank. Das war, glaube ich, nochmal sehr hilfreich als Rekapitulation über die Vielfalt von Themen und die Richtung der Diskussion in den letzten anderthalb Tagen. Aber wir können jetzt unmöglich einmal die ganze Liste von oben bis unten hier verhandeln, sondern wir müssen uns ein paar Schwerpunkte setzen. Und ich würde gerne, kein Wunder, in der Grünen Stiftung, mal mit dem ganzen Themenkomplex Ökologie, Ökonomie anfangen, mit dieser Leitüberschrift oder Leitfrage, wie viel Markt, wie viel Staat und welche Art von Regulierungen, würde gerne mit, sagen, Toni Hofreiter anfangen. Toni, je dringender die globalen ökologischen Herausforderungen werden und je stärker wir, zumindest was den Klimawandel betrifft, aber auch eine ganze Reihe anderer sehr weitreichender ökologischer Krisen in eine Art Wettlauf mit der Zeit geraten, desto naheliegender scheint es ja zu sein, mit immer mehr Regulierung zu antworten. Und zwar durch die ganze Palette. Und man findet das ja auch in den grünen Forderungskatalogen. Verbrauchsnormen, Effizienzstandards, Gebote und Verbote. Also der Versuch, durch eine Art Regulierungswettlauf CO2-Emissionen zu reduzieren, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und den Übergang zu einer klimaneutralen und ressourceneffizienten Ökonomie mehr oder weniger zu erzwingen. Und das ist auch eine Tendenz, die man, das hat eine sehr lange Linie in der ökologischen Literatur. Das kann man schon finden bei den Limits to Growth von 1972, wo es sehr stark auf Kontrolle von Produktion und Konsum und sogar von Bevölkerungsentwicklung hinausläuft, weil das Bevölkerungswachstum damals als entscheidendes ökologisches Problem identifiziert wurde, was wir heute so wahrscheinlich nicht mehr sagen würden. Ich jedenfalls nicht. Also was ist die grüne Antwort darauf? Also entwickeln wir uns zu einer Partei, die immer stärker mit Geboten und Verboten und Detailregulierungen versucht zu intervenieren? Oder siehst du einen alternativen Ansatz für grüne Ökologie-Politik, die notwendigerweise auch Wirtschafts- und Steuersagenpolitik ist, die stärker marktwirtschaftlich orientiert wäre? Funktioniert das? Es gibt ja generell ein Problem letztendlich bei ganz vielen Politikansätzen. Nämlich man stellt fest, im Grunde je effizienter ein Politikansatz ist, desto leichter lässt er sich im Verfahren kaputt machen. Also bei der Klimapolitik gibt es ja ein wunderbares effizientes Modell und das ist der Emissionshandel. Emissionshandel, je mehr man einbezieht, man kann manches lässt sich schwer einbeziehen, weil es zu kleinteilig ist, aber Emissionshandel wäre ein super Instrument, um wirklich zu effizientem Klimaschutz zu kommen. Und man hat einen Emissionshandel, man legt den Deckel fest, den kann man wissenschaftlich bestimmen und sagen, der sinkt natürlich auch nach und nach, alle können sich darauf einstellen und man denkt sich, super Sache und den Teilnehmern in der Gesellschaft, man sagt gern Marktteilnehmer, aber man kann ja im Grunde sagen, allen, die innerhalb der Gesellschaft agieren, ist dann freigestellt, letztendlich wie sie das umsetzen. Eigentlich ein optimales Instrument. Man stellt bloß mit einem gewissen Erschrecken fest, solche Instrumente lassen sich im Verlauf der Einführung, weil sie im Grunde so einfach und klarsichtig sind, ganz leicht zerstören von hochspezialisierten Lobbyistengruppen. Warum passiert das so? Weil nämlich die, die für letztendlich die Einführung des Instruments kämpfen, die kämpfen fürs Allgemeinwohl, die kämpfen sozusagen für eine Dividende, wo alle was davon haben. Diese Dividende ist am Ende eine sehr hohe, aber kurzfristig eine im Kern sehr niedrige. Deswegen ist die Unterstützung dafür immer beschränkt. Diejenigen, die sich eine spezifische Ausnahme in diesem Instrument durchkämpfen, die haben kurzfristig einen ganz, ganz hohen Gewinn und haben deshalb eine ganz starke Motivation und setzen mit hoher Wahrscheinlichkeit diese kurzfristige Ausnahme durch. Und es gibt ausreichend Gruppen im System, im pluralen System, die letztendlich mit diesem unterschiedlichen Belohnungslevel, deshalb mit unterschiedlicher Energie reinkämpfen und damit dieses im Grunde effiziente Instrument so zerschießen, bis es an die Grenze der Ineffizienz gerät. Und deshalb ist der de facto pragmatische Ansatz, den man inzwischen fährt, ist einer, man versucht, dieses einfache, effiziente Instrument immer wieder zu retten, aber baut in der Zwischenzeit Hilfsgrücken, die dann zum Teil spezifischer sind, zum Teil nicht so effizient, sind, als wir das Instrument theoretisch, aber einen dann am ehesten zum Ziel bringen. Oder anders ausgedrückt, es ist halt einfach ganz häufig so, dass der große, breite, klare Weg so offensichtlich groß und breit ist, dass es so leicht ist, da Barrikaden in diesen Weg zu bauen, dass der schwierige, komplizierte und anstrengende Weg durchs Unterholz, mit der Machete, über verschiedene kleine Wege, am Ende dann eher zum Ziel führt, was uns nicht davon abhalten sollte, immer wieder zu versuchen, den großen, breiten, schönen, sichtbaren Weg, der eigentlich, wenn er gelingt, für alle Beteiligten weniger unangenehm ist, weil es weniger Gebote sind, weil es weniger Regulierungen sind, weil es weniger spezifisch ist, weniger Bürokratie ist, weil es weniger spezifisch ist, also weniger speziell es genervt ist, uns nicht daran zu hindern, immer wieder zu versuchen, die Barrikaden, die klug und geschickt errichtet worden sind, von Leuten, die viel davon gewinnen, diese Barrikaden zu errichten, dass wir sozusagen uns davon nicht abhalten, aber man muss auch einfach aufgrund der Tatsache, dass wir nicht mehr beliebig viel Zeit haben, was du ja gesagt hast, die Zeit drängt einfach irre, nämlich man kann ja über vieles verhandeln, dieses Gerede von alternativlos ist Quatsch, aber mit den Naturgesetzen verhandelt es sich halt verdammt schlecht, und mit denen verhandelt es sich am Ende wirklich ganz katastrophal schlecht, und da die Zeitkomponente plus die Unverhandelbarkeit der Naturgesetze uns sozusagen unter hohem Druck setzen, letztendlich in bestimmten Bereichen ans Ziel zu kommen, glaube ich, wird der pragmatisch sinnvolle Weg von uns sein, immer wieder versuchen, mit solchen Instrumenten wie Emissionshandel den geraden Weg zu gehen, aber aufgrund des hohen Druck, das wir haben, trotzdem die anderen Maßnahmen nicht zu vernachlässigen, und da ist es halt dann schwierig, nicht die Balance zu verlieren, nämlich sonst bleibt man sozusagen auch im Dornengestrüpp am Ende hängen, das glaube ich, ist uns auch schon gelegentlich passiert, dass man versucht hat, in zu kompliziertes Dickicht einzudringen, und dann im Dornengestrüpp hängen geblieben ist. Deshalb, was weiß ich, es gab so eine Wahl 2013, kann ich mich düster erinnern, das war so ein Beispiel, wo man versucht hat, zu sehr ins Dornengestrüpp reinzugehen. Vielen Dank. Ich frage gleich nochmal nach, bevor wir zu Jens Spahn kommen. Bei diesen eher eleganteren und indirekten Lenkungsinstrumenten kommt man ja, jedenfalls wenn man ein bisschen länger mit der Grünen-Debatte vertraut ist, unweigerlich zum Thema ökologische Steuer- und Finanzreformen. Das war ja mal eines dieser, wie du sagst, dieser Hauptstraßen, sozusagen, zu versuchen, das System der relativen Preise so zu verändern, dass sein Umweltverbrauch verteuert wird, also Ressourcenverbrauch, Emissionen, Abwässer und so weiter werden mit Preisen belegt und damit Anreize geschaffen werden, sowohl für Unternehmen wie für Konsumenten, für Bürgerinnen und Bürger, für umweltfreundliches Verhalten, also Investitionen, Kaufentscheidungen und so weiter. Sehe ich das richtig, dass inzwischen doch ziemlich unter ferner Liefen dieses Projekt gehandelt wird bei den Grünen? Ist das so ein gebranntes Kindscheut-in-Feuer-Effekt? Also Fünf-Marx-Diskussion und so? Ne, da mag sich noch nicht so ganz rumgesprochen haben, aber da versuchen wir gerade einen neuen Anlauf in der Bundestagsfraktion bei dem Thema und auch da, glaube ich, haben wir aus so manchem Dornenverhau was gelernt. Wir versuchen diesmal den Anlauf zu gehen über das, was man damit erreichen kann und weniger sozusagen über diese total abstrakte Theorie, die dahinter steht und die absolut richtig ist, aber was sich einfach auch gezeigt hat, die einfach super leicht zu diffamieren ist, Rasen für die Rente. Rasen für die Rente war der Angriff auf dieses vollkommen logische Konzept der ökologischen Steuerreform und damit hattest du im Grunde, war das Konzept schon halbtot, deswegen versucht man, versuchen wir gerade einen neuen Anlauf im Bereich ökologische Steuerreform eher über das, was man dann für die Leute konkret erreichen kann. Wasser sich. Man kann im Bereich Mobilität was machen und damit für Kinder oder Jugendliche dann noch ein ÖPNV in kostenfrei stellen. Also es ist eine denkbare Methode. Da ist ein innerer Zusammenhang da, es hat eine innere Logik und so weiter und so fort und man kriegt trotzdem sozusagen was hin. Also da versuchen wir gerade einen neuen Anlauf, aber auch da hat sich einfach in der Vergangenheit gezeigt, das Konzept ist logisch, richtig und ist ganz leicht diffamierbar. Herr Spahn, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja mal sowas wie eine grundsatzprogrammatische Konvergenz, dass nämlich auch die Union sich dieses Leitbild ökologischer und sozialer Marktwirtschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Also soziale Marktwirtschaft wird ja sowieso traditionell seit den Zeiten Ludwig Erhards von der Union reklamiert und dann ging es um eine Erweiterung um die ökologische Dimension. Jetzt meine ich das gar nicht wirklich, nicht polemisch, sondern eher ein bisschen betrübt. Stimmt mein Eindruck, dass es da eigentlich überhaupt keine Ambitionen mehr gibt bei der Union, wenn es um Weiterentwicklung der Marktwirtschaft in Richtung Ökologie geht. Ich mache das mal an einem praktischen Beispiel fest, worauf Sie sich gleich ja beziehen können. Sie werden ja wahrscheinlich abstrakt zustimmen, wenn wir sagen Internalisierung von ökologischen Folgekosten. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Märkte überhaupt, also dass sie nicht ökologisch destruktiv wirken, müssen die ökologischen Kosten widerspiegeln, aber wenn es jetzt um Klimaabgabe geht, also darum, dass wir wenigstens ein bisschen die Kohleverstromung verteuern, sozusagen komplementär zu dem europäischen CO2-Handelssystem, was eben nicht funktioniert, dann gibt es nur Widerstand. Ja, Herr Fuchs, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich kurz zwei, drei Gedanken grundsätzliche Art machen darf, weil ich habe gerade während ich für die Rente raste, mir Gedanken gemacht, was ich hier alles Kluges sagen könnte und ich bin ja denke ich auch nicht nur eingeladen, damit ich sage, alles prima, sondern vielleicht auch ein paar Thesen oder Dinge mal auch strittig stelle. Eins aber noch vorneweg, Sie haben mich mal eingeladen zu Rosenmontag zu einer Gesundheitsveranstaltung, das fiel dem Katholiken schon schwer, aber dass Sie jetzt während des CSDs die Grünen schon Nachmittags Veranstaltungen haben, das würde nicht mal mehr die Junge Union machen, fand ich dann doch bemerkenswert. Aber gut, so entwickeln sich die Dinge alle weiter. Wir haben halt eine gewisse Arbeitsteilung. Ja, offensichtlich. Das ist einer der Vorteile der Doppelspitzen. Sehr gut. Unsere Spitzen sind leider gerade in Brüssel am anderen Ding unterwegs, aber unabhängig davon. Einfach mal zwei, drei grundsätzliche Dinge und dann komme ich, weil das hängt damit zusammen, auch zu der Frage. Ich habe ja, als ich das, weil Sie das vorhin noch mal zitierten, Herr Feld, so viel Staat wie nötig, so viel Markt wie möglich. Das ist ja erstmal was, was glaube ich, Sie selbst im FDP-Programm finden. Also jetzt nicht so, dass das ein besonders umstrittener Satz wäre. Das Problem ist nur, was es heißt, aber es nimmt auch in der Kombi den Grünen noch keiner richtig ab. Das ist ja die Frage, was ist die Vermutung dahinter? Bei den FDP erwarte ich den Satz. Als ich den gelesen habe im grünen Grundsatzprogramm, ich habe ihn nicht erwartet und nehme ihn auch nicht richtig ab. Und wenn Sie eben drüber reden, das ist ja vielleicht so, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Entwicklung ist, ich stelle fest, wie stark im Moment bei den Grünen insgesamt über Wirtschaftspolitik geredet, wie Kongresse und anderes gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es ein Weg zum eigenen Godesberg sozusagen ist in der Zusammenführung Ökologie und Ökonomie. Ist eben die Frage, wenn man diesen Satz so will, was will man tun, wie will man das unterlegen, dass ja am Ende auch einer ist, wo ich sage, das scheint mir schlüssig zu sein, von der Grundsatzprogrammatik da dahin zu kommen. Warum nimmt man den nicht direkt ab? Es sind da einfach nur so zwei, drei Punkte und aktuelle Debatten und dazu gehört ja diese Energie-Debatte oder die Frage, wie reguliert man was? Das eine ist, das ist vorhin angesprochen worden, ich glaube, wenn man tatsächlich sagen will, wir wollen Wirtschaftskompetenz uns erarbeiten, das muss uns als Union ja eher besorgen, weil bis jetzt sind wir gut damit gefahren, die Partei zu sein, die vor allem in der Wirtschaftspolitik hohe Kompetenzwerte zugesprochen bekommt, sollte jede Partei sozusagen ihre Marken. Langeanhaltende Mythen, würde ich sagen. Das werden wir ja sehen. Ich glaube zum Beispiel, nein, wenn Sie wirklich wirtschaftskompetent sein wollen, müssen Sie die Attackisierung weglassen. Wer bei TTIP und ACTA nicht widerstehen kann, das zu attackisieren, daraus Kampagnen zu machen, der kann nicht wirtschaftskompetent als Hauptfaktor haben. Das wäre meine These. Ja, ja, ich will ja hier nicht Thesen lassen, die nur alle klatschen, sondern wo wir mal ein bisschen miteinander diskutieren und deswegen ist meine feste Überzeugung, ich sage nicht, dass es bei TTIP im Einzelfall nicht Dinge gibt, die man, ich mache nicht so lange, keine Sorge, aber ich will mal, dass es Aber Sie kommen auch noch auf die Union, ne? Ja, ja, aber ich bin ja hier bei der Heinrich-Böll- Schriftung und will ja mit Ihnen auch ein bisschen über das diskutieren, was Sie Schönes aufgeschrieben haben. Also die Frage, also bei TTIP in Einzelfragen, was zu diskutieren in der Sache, kein Problem damit, aber daraus Kampagnen zu entwickeln mit dem Schein, ich sehe ja den ganzen Tag, was der Kollege Giegold und andere so googeln, der da so hinter steckt, das ist für mich ehrlicherweise nicht vereinbar mit dem, mit dem Anspruch an der Stelle auf Wirtschaftskompetenz zu entwickeln. Ein zweites Thema, wo ich diese Hysterisierung auch erlebe, das scheint ja auf dieser Konferenz dankenswerterweise anders gelaufen zu sein, dann komme ich zur Ökologie, ist bei dem Thema Digitalisierung, diese Datenschutzhysterie. Ich bin niemand, der sagt, wir brauchen nicht vernünftige Regeln, was Verbraucherschutz und Datenschutz angeht und Privatheit, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir das Thema Digitalisierung, das Zukunftsthema vielleicht bald noch mehr oder in Kombination mit der Ökologie auch diskutieren als Wirtschafts- und Industrienation, finde ich, müssen wir etwas mehr über Chancen und Möglichkeiten und Potenziale reden. Auch von Big Data, von Daten werden Rohstoff sein, Produktionsfaktor wie Kapital und Arbeit und nicht nur über Hysterie und Abwehr und NSA im Mittelpunkt. Ich verstehe den Kampagnenteil dahinter, aber die Frage ist, wir reden ja über Wirtschaftskompetenz, ob das dann damit zusammenpasst. So und jetzt zu der Frage Ökologie und generell die Frage regulativer Rahmen. Auch da sind wir ja alle, ich glaube alle Parteien, am Ende stellt ja niemand den Frage, dass es regulative Rahmen braucht. Und eine These der Grünen ist ohne Zweifel richtig, die Wirtschaft ändert sich nicht von allein. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, die man dann auch zugestehen muss, die auch wir und andere in den letzten Jahrzehnten und Jahren an verschiedenen Stellen gemacht haben, sondern es geht manchmal eben darum, auch einen klugen Rahmen zu setzen. Die Frage ist halt, wozu sozusagen, und da sind wir bei der Frage von Staat und Markt, wo, wie skaliert man? Mit welchen Instrumenten ist man unterwegs? Es ist eher dirigistisch, Verbot, das ist kulminiert, nicht ganz fair, wenn man sich liest, wie es war, ich weiß, aber kulminiert in der Veggie-Day-Debatte ja, in der Frage von Vorschreiben, was weiß ich, irgendwelche komischen Gummidildos verbieten und sonst was, das waren ja alle möglichen Regelungen, was man alles verbieten und nicht mehr haben will, um da dirigistisch einzugreifen. Die Frage, Internalisierung von Kosten, ich finde grundsätzlich ein kluges Instrument, das man aber eben richtig anwenden muss, dass man jetzt, das ist ja auch gut, nochmal analysieren muss, was in den letzten Jahren erreicht worden, bei der Ökosteuer ist ohne Zweifel, die Kombination mit der Rente war vielleicht nicht so klug, im Nachhinein, aber die Ökosteuer an sich, das hat ja auch die Entwicklung beim Verbrauch und woanders gezeigt, war ja durchaus, war ja durchaus bei der Zielerreichung jedenfalls nicht, nicht erfolglos, aber um die Kohlefrage zu beantworten, wir müssen dabei anerkennen, umso mehr wir gerade uns Klimaschutz beschäftigen, es ist eine globale Frage und Ihnen bringt es ja nichts, wenn die Kohlekraftwerke in Deutschland geschlossen werden, die polnischen Kraftwerke, die Zertifikate kaufen und dann da umso mehr in die Luft gepustet wird, also die Frage ist ja, fühlen wir uns hier in Deutschland super und machen die Abgabe und haben das letzte Kraftwerk geschlossen und jubeln hier in Berlin-Mitte, während dann in anderen Ländern umso mehr in die Luft gepustet wird und diese Verknüpfung anzuerkennen, dass gerade in diesen Feldern, in der globalisierten Welt sowieso, aber gerade bei der Klimapolitik nationale Maßnahmen ein Stück Vorreiterrolle sein können und sollen, aber die Frage ist, ab wann ist die Vorreiterrolle so, dass sie, das haben Sie ja eingangs gesagt, einen selbst schädigt und zurückfallen lässt und sogar das Gegenteil erreicht, ist dann die Frage und dann geht das eben Abschichtung dieser regulativen Rahmen, das Thema Nudging, ist ja auch so ein ganz spannendes, verbiete ich nicht, mache auch nicht finanzielle Anreize, sondern versuche irgendwie sonst, da gehören finanzielle vielleicht auch dazu, Anreize zu setzen, damit Menschen sich klug verhandeln, aber selbst da ist die Frage, wann wird es übergriffig? Ich war Montag auf einer Konferenz, da ging es um Digital Health noch, in der letzten Gesundheitsveranstaltung und da haben die über Kleidung gesprochen, die irgendwann dir, die piept, wenn du nicht rückengerecht sitzt. So, dann sagt man, prima, Gesundheitsprävention, endlich sitzen wir alle, wie wir sollen, aber wann wird es übergriffig? Ab wann ist es irgendwie too much in der Frage, wir wissen jetzt besser, wie du sitzt, damit du gesund sitzt und dann piepst du ständig? Mich nervt manchmal schon dieses Anschnallpiepen immer, also die Frage, worum es geht beim regulativen Rahmen, das wollte ich nur sagen, wo ist die Balance, wie skaliert man? Ich glaube, dass niemand bestreitet, dass es regulativen Rahmen braucht, dass es vernünftigen Rahmen braucht, dass es verschiedene Qualität der Maßnahmen von Einzelfällen bis in groberen Rahmen gibt, aber die Frage ist, wie stark skaliert man, wie stark geht man in die Dinge rein und da haben wir einfach an verschiedenen Stellen unterschiedliche Auffassungen. Das war mir jetzt aber ein bisschen zu einfach, der Ausweg jetzt aus meiner Frage zu Klima und Kohle. Entschuldigung, ich wollte im Eingangsstatement ein wenig was gründen, weil ich hatte eigentlich gedacht, ich bin für grüne Wirtschaftsfälle. Ich meine, wenn Sie sagen, national, wir können nicht zu weit vorpreschen, Klima ist eine globale Herausforderung, sonst ruinieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die Kanzlerin immerhin hat ja nochmal bekräftigt, wir stehen zu diesen 40 Prozent CO2-Reduktion bis 2020 und sagen, regierungsoffiziell wird eingeräumt, da gibt es eine erhebliche Lücke, so von 90 bis 100 Millionen Tonnen CO2, das sind so sieben, acht Prozent der gesamten Einsparungen, die bis dahin geleistet werden müssen. So, jetzt was tun und dass da die Kohleverstromung ihren Beitrag leisten muss, ist ja keine Frage. Jetzt wird gestritten um Instrumente und da gibt es die Alternativen im Moment, die, die politisch im Vordergrund stehen, es gibt noch ein paar andere, sagen theoretisch jedenfalls, die Alternative, man legt eine zusätzliche Abgabe auf Kohleverstromung, die vor allem die alten Dreckschleutern trifft oder man gibt den Energieversorgungsunternehmen nochmal den goldenen Handschlag für längst abgeschriebene Braunkohlekraftwerke, die wandern dann in eine Kraftwerksreserve, die über die Stromkunden durch einen zusätzlichen Aufschlag finanziert werden muss. Das ist Prozesssteuerung, das andere wäre ein marktwirtschaftliches Instrument. Wieso hat die Union da eher eine Haltung, die, sagen die Interessen von bestimmten Lobbys, sagen bedient, als eine volkswirtschaftlich und ökologisch elegantere und preiswertere Lösung zu befürworten? Die Frage ist, ist sie tatsächlich preiswert? Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, natürlich kann man sagen, man stellt jetzt diese Kohlekraftwerke alle ab, aber damit geht erstmal Milliarden Vermögen verloren, volkswirtschaftliches Vermögen. Geht gar nicht darum, die alle abzustellen, geht um die Betriebszeiten zu reduzieren. Darf ich dann irgendwie auch mal zwei Sätze machen? Sie haben ja schon immer sehr sachdarstellende Fragen. Jedenfalls die Frage, die alle Kraftwerke von heute auf morgen, wir steigen gleichzeitig im Zweifel aus der Kernenergie, aus der Kohleenergie ein und mit ziemlich massiver Unterstützung in andere Energieformen rein. Und wir können uns das nur leisten, weil es der Wirtschaft gerade richtig gut geht. Das ist auch die Wahrheit. Also ich glaube doch hier keiner, dass die Debatten, die wir hier gerade so führen, wir führen würden, wenn wir fünf Millionen Arbeitslose hätten und wir würden genauso Energiewende gestalten können. Da muss man sich ja auch nichts vorweismachen. So und RWE, E.ON, EMBW, kann man natürlich sagen, alles Lobby, Konzerne, furchtbar, aber da arbeiten, wenn ich es richtig informiert bin, einige zehntausend Menschen. Die sind mir jedenfalls nicht egal. Meinten wir auch einige hunderttausend Menschen. Die sind mir jedenfalls nicht egal. Und die Frage eben, gibt man denen irgendeine Chance? Irgendeine Chance, wenn man von heute auf morgen völlig verändert die Situation auf dem Energiemarkt, irgendeine Chance, da mitzukommen oder nicht. Das zweite ist eben die Vernichtung, die Vernichtung von, die Vernichtung von volkswirtschaftlichem Vermögen, ich sage es noch einmal, das sind Kraftwerke, zum Teil recht neue Kraftwerke, in die viel investiert wurde, wo die Frage ist, wie lange laufen die tatsächlich noch und wie lange nicht. Das sind zum Teil übrigens ja mit die modernsten Kraftwerke, die es gibt in dem Bereich, mit einem geringeren CO2-Ausstoß als das, was da ist. Und das dritte ist das, was ich gesagt habe, was bringt es Ihnen, wenn alle Kohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet sind, die CO2-Zertifikate dann von polnischen, tschechischen, französischen, whoever, Energiekonzernen gekauft werden und damit Kohlekraftwerke gebaut werden. Wissen Sie, wir sind ja beim Ziel überhaupt nicht auseinander. Deswegen verstehe ich manchmal auch so die Vehemenz der Debatte nicht. Also man kann uns wirklich eins nicht vorwerfen in den letzten Jahren, dass wir nicht kräftig an dieser Energiewende arbeiten. Also wenn, ja, da mag man lachen, aber Sie können ja mal mit mir durchs Münsterland fahren, wie das Münsterland vor zehn Jahren ausgesehen hat und wie es heute aussieht. Was Windenergie angeht, wir haben die meisten Biomasseanlagen in ganz Europa, übrigens im CDU-dominierten Münsterland, was mittlerweile auch zu Protesten führt, allein schon deswegen, weil so viele Güllewagen da durch die Gegend fahren. Ich habe die größten Erdgasspeicher Europas unter dem Münsterland. Die brauchst du nämlich, wenn du Gaskraftwerke betreiben willst. Auch das führt nicht dazu, dass die Menschen jubeln. Also wir machen das gerade in einer Geschwindigkeit, die jedenfalls ohne Beispiel ist und die Frage ist, wenn es mal fünf Jahre länger dauert, in Deutschland, die Dinge als Vorreiter zu machen, ob die fünf Jahre länger Untergang der Welt sind und das glaube ich nicht. Gut, bevor Professor Feld jetzt auch hier nochmal zu Wort kommt, Toni Hofreiter nochmal für eine direkte Replik. Also der Punkt war ja der Satz, so viel Staat wie nötig und so viel Markt wie möglich. Und das ist eben der entscheidende Punkt, so viel Staat wie nötig. Und wenn ich da jetzt als Naturwissenschaftler drauf schaue, bei den ökologischen Fragen, sind wir unendlich weit davon entfernt, was nötig ist. Und zwar nicht nur bei globalen umweltpolitischen Problemen. Nehmen wir zum Beispiel ein extrem lokales Problem, was weltweit lokal ist, aber was bei uns lokal auch vorhanden ist. Das ist das Artensterben. Deutschland befindet sich in einer Aussterbekatastrophe, was die einheimischen Arten angeht. Und zwar nicht nur irgendwie ein paar Kalkwappen oder ein paar Ameisenbläulinge oder irgend sowas, sondern 30 Prozent unseres Artenbestands in Deutschland ist vom Aussterben bedroht. Also wir sind unendlich weit davon entfernt, was aus einer ökologischen Sicht notwendig wäre, außer man sagt, ja mir doch scheißegal, dann stirbt halt das ganze Grobzeug aus, irgendwie wird es danach schon weitergehen. Also wenn man diese Haltung nicht einnimmt, dann sind wir bei einem sehr lokalen Problem sehr, sehr weit davon entfernt. Und bei der Frage Kohleabgabe, unsere Kohlekraftwerke stoßen 300 Millionen Tonnen CO2 aus. Ungefähr 320 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Und es geht um 22 Millionen Tonnen. 22 Millionen Tonnen. Und deshalb diese Alternative, wir stellen jetzt alle Atomkraftwerke ab und jetzt alle Kohlekraftwerke. Und das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch ein Pappkamerad. Das ist doch die klassische politische Methode. Ich baue einen ganz, ganz großen Pappkamerad auf, den überhaupt niemand jemals gefordert hat, den noch nicht einmal die Radikalsten bei Grimpis fordern und den haue ich dann mit ganz viel Schwung um diesen Pappkameraden. Und damit hat man natürlich recht. Klar, man kann nicht von heute auf morgen jetzt alle Kohlekraftwerke und auch die ganz neuen Abstände. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ein paar alte Möhren aus den 50er und 60er Jahren nach und nach aus dem Betrieb gehen und zwar so zeitnah aus dem Betrieb gehen, dass man dieses 40 Prozent Ziel einhält. Und da kann man sagen, ja, es ist scheißegal, so viel CO2 wie weltweit ausgestoßen wird, ob Deutschland das 40 Prozent Ziel ein Jahr später oder früher oder fünf Jahre später oder früher. Aber das ist ein Irrtum, weil so Politik nicht funktioniert. Dieses 40 Prozent Ziel von Deutschland bis zum Jahr 2020 ist eins der zentralen, symbolischen, auch in der Realität wichtig, aber symbolischen Ziele, auf die die ganze Welt schaut. Und wenn Deutschland, das Energiewendeland, das, was eine konservative Kanzlerin versprochen hat, nicht einhalten kann, dann wird es weltweit eben genau die Debatte gehen, ja, wenn Deutschland das nicht schafft, was eine konservative Kanzlerin versprochen hat, in einem langen Zeitvorlauf, dann schaffen wir alle das sowieso nicht. Und damit ist das alles Banane. Und man weiß schlichtweg, dass wenn wir jetzt nicht die verdammten Kraftwerke vom Markt kriegen, dann hat man keine Chance, dieses Ziel 2020 einzuhalten. Und zwar egal, wer regiert. Selbst wenn wir 2017 mit 51 Prozent regieren, dann wird man uns schwer tun, dieses Ziel noch einzuhalten, wenn man nicht jetzt ein paar Maßnahmen entsprechend erklärt. Darum geht's. Es geht sozusagen um eine kleine Maßnahme, um ein symbolisch sehr wertvolles Versprechen einzuhalten und nicht darum, ein Kohlekraftwerk, das vor fünf Jahren an Markt gegangen ist, zu entwerten, sondern es geht darum, ein Kohlekraftwerk zu entwerten, das in die 60er Jahre an Markt gegangen ist. Und die Alternative ist, wenn man sagt, volkswirtschaftliches Vermögen vernichten, die Alternative ist, zu den Kohlekraftwerken aus den 60er Jahren stillzulegen. Die Alternative ist, die neuen Gaskraftwerke aus den Nullerjahren entsprechend zu entwerten. Und da hätte ich schon mal einfach volkswirtschaftlich auch die Frage, ja was ist mir lieber? Schmeiße ich die Investition aus den Nullerjahren in moderne Gaskraftwerke weg oder lasse ich die Investition aus den 50er und 60er Jahren in alte, ineffiziente Kohlekraftwerke auslaufen? Und da bin ich ehrlich gesagt, selbst wenn ich es nicht ökomäßig betrachte, doch eher dabei, lass uns die Investition in die Gaskraftwerke retten. Ich will nur, Herr Füchst, Herr Füchst, nur ganz kurz, aber wir reden ja hier über die Frage, wenn ich das alles richtig verstehe, grüne Wirtschaftspolitik. Ich habe jetzt die Frage nach der ökologischen Wirtschaftspolitik geredet, auch an ihre Interessen. Ja, ist alles prima. Ich will nur mal sagen, die Frage ist, wie ist das Narrativ? Wenn ich grüne Wirtschaftspolitik machen wollen würde, was ich gar nicht falsch finde, wir jedenfalls machen in Münsterland mittlerweile dieses Narrativ. Dann reden wir über die neuen Innovationen, die neuen Techniken, die neuen Energien, die wir in diesem Land entwickelt haben, die wir vermarkten, die wir verkaufen, woraus wirtschaftliches Potenzial und Arbeitskräfte entsteht. Ich hatte irgendwie empfunden, auch die Grünen würden dieses Narrativ bemühen. Ihr seid aber mittlerweile wieder nur in diesem Kampfes-Narrativ, irgendwie aus dem Bereich heraus, anstatt, ja Entschuldigung, ich würde doch die positive Geschichte davon machen. Die positive Geschichte davon machen. Ich habe jetzt nicht so ein Interesse an so einem schwarz-grünen Stammtisch, muss ich sagen. Was heißt Stammtisch? Ja, nur ganz kurz. Ich würde gerne weiter über... Kraftwerk aus die 50er Jahre oder Kraftwerk aus der 50er Jahre oder Kraftwerk aus der 50er Jahre? Hallo, hallo, hallo. Ich würde mal gerne weiter über die Instrumentendebatte reden. Ja, aber geht es um Wirtschaftspolitik oder geht es darum, dass die Kraftwerke möglichst schnell aus sein müssen, ne? Soll ich frei. Nein, das ist gar nicht der Punkt, sondern da weichen sie aus. Ich habe jetzt aber keine Lust, sagen wir, da immer weiter rumzubohren. Das ist offensichtlich ein totes Loch. Es geht um die Wege, die volkswirtschaftlich und ökologisch effizientesten Wege, wie wir möglichst schnell unsere CO2-Emissionen runterbringen und zwar auf eine Art und Weise, da gibt es gar kein Dissens, die unsere Volkswirtschaft nicht abwirkt, sondern die als Innovationsmotor wirkt. So und okay, jetzt bringen wir mal Professor Feld mit dem wissenschaftlichen Sachverstand in die Diskussion. Ja, mal sehen, was ich da jetzt tun kann. Das war jetzt eine schöne, interessante Diskussion zwischen zwei politischen Lagern sozusagen. Es ist schade, dass Herr Machenig nicht dabei ist, denn ich hätte eigentlich noch ganz gerne gehört, wie seine SPD-Wirtschaftsminister aus den Kohleländern, wie er die verteidigt hätte an dieser Stelle. Das muss er ja irgendwo, gerade wenn er NRW mit dem Blick hat. Ich habe schon noch den Eindruck gehabt, dass bei diesen Debatten die Vehemenz des Widerstandes noch viel stärker aus diesen Ländern kam als aus anderer Richtung. Das waren die Länder, die sich gewährt haben und NRW besonders stark. Das haben wir deutlich gesehen. Also insofern ist es sehr schade, dass er hier nicht etwas vertreten kann. Sie haben völlig recht, der Fuchs. Wenn man ordnungspolitisch rangeht, würde man sagen, preisliche Instrumente, die Kohleabgabe ist das zu wählende Instrument. Wenn sie jetzt nicht umsetzbar ist, dann aber nicht nochmal neue Subventionen bezahlen. Das ist ja eine Katastrophe. Wenn wir jetzt da nochmal in die Richtung gehen, Subventionen auszuloben, damit die Betreiber etwas unterlassen, was wir nicht wollen, dann haben wir ja ganz große Schwierigkeiten. Das erinnert mich so an die alte Landwirtschaftspolitik aus den 80er Jahren in der EU. Da sind Milchseen, Butterberge entstanden und irgendwann mussten wir denen etwas zahlen, damit sie Flächen stilllegen. Also das kann nicht richtig sein, dass wir auf die Art und Weise, tun wir immer noch, genau, dass wir auf die Art und Weise voranschreiten. Also dann, ich weiß nicht, ob die Zeitdimension wirklich so kritisch ist, bin da immer ein bisschen zurückhaltender, das zu sehr zu überhöhen. Aber dann warten wir nochmal ein, zwei Jahre, bis die Diskussion gleich in eine andere Richtung gehen kann. Was ich gerne anmerken möchte, ist, die Rolle, die wir als Wirtschaftswissenschaftler haben, gerade wenn man ordnungspolitisch in der wirtschaftspolitischen Beratung unterwegs ist, ist die, bei den Dornengestrüppen, die überall existieren, immer wieder auch zu sagen, das sind die großen Schneisen, auf die ihr zurückkehren solltet. Denn ich habe auch das Gefühl, dass man nicht nur an Dornengestrüppen hängen bleibt, sondern eben bei dem Versuchen, Umweg zu gehen, vom Wege abkommt. Und das ist meines Erachtens das Wichtige, immer wieder zu sagen, was ist denn der Weg, auf den man zurückfinden muss. Also beispielsweise, wenn Sie über steuerliche Instrumente diskutieren, Herr Hofreiter und die ökologische Steuerreform von damals, da stellen wir fest, dass man sich gar nicht so sehr darüber Gedanken machen muss, ob man die Sätze anhebt oder nicht, sondern die Frage ist, welche Ausnahmetatbestände haben wir, wo kann man dagegen steuern, wie ist die Definition der energieintensiven Wirtschaft, muss man das nicht enger fassen. Also das sind dann natürlich auch Detailfragen, die schwierige Auseinandersetzungen bedeuten, weil das ja letztlich heißt, man nimmt bestimmten Gruppen Steuervorteile weg, die nichts anderes sind als Steuersubventionen. Und genauso werden sie auch klassifiziert, auch im Subventionsbericht des Bundesfinanzministeriums letztlich klassifiziert. Das ist, wenn man sich darum kümmert, ist das glaube ich der richtige Ansatzpunkt. Um die Frage nach der Innovationsorientierung oder der Zukunftsorientierung nochmal zu stellen, ich glaube, dass die alte Idee einer ökologischen Steuerreform, die externen Effekte zu internalisieren, indem wir Energiesteuern auf der einen Seite einführen und dann quasi eine doppelte Dividende realisieren, weil wir ja hohe Arbeitslosigkeit damals hatten und die Arbeitskosten reduzieren können. Erstens hat das nicht so ganz funktioniert, wir haben ja nur einmal quasi die Rentenerhöhung dämpfen können damit. Die eigentlichen Rentensenkungen der Rentenbeitragssätze haben aber stattgefunden über die Zunahme der Beschäftigung. Was für die Zukunft relevanter ist, ist die Frage, wie schafft man es denn, damit zu verbinden, eine größere Innovationsorientierung der deutschen Wirtschaft. Und da kann man sich auch im steuerlichen Bereich Gedanken drum machen. Beispielsweise über, ich habe das gestern schon mal gesagt, Herstellung von Finanzierungsneutralität bei der Unternehmensbesteuerung. Was gerade die kleinen Startup-Unternehmen stärkt. Das sind Elemente, die man da sicher diskutieren müsste. Das würde in gewisser Weise Umlenkungen vornehmen, die sinnvoll sind. Und vielleicht noch die letzte Bemerkung, wenn es um globale Fragen geht, geht es nicht nur um Wettbewerbsfähigkeit, sondern es geht auch um die Frage, mit welchen Maßnahmen im Inland bzw. in Europa schaffe ich es denn, in den Verhandlungsprozessen international Druck auszuüben. Man muss immer wieder auch die Maßnahmen im Inland dahingehend hinterfragen, schwächen die meine Position im Verhandlungsprozess. Es soll doch darum gehen, wenn wir international zu einem wirklich bindenden und effektiven Klimaschutzabkommen kommen wollen, die großen Emittenten mit einzubinden. Das sind die Schwellenländer, aber es ist vor allen Dingen auch die USA. Wir sollten uns nicht in die Illusion verrennen, dass nur weil in Kalifornien Solarenergie eine große Erfolgsgeschichte ist, die USA nun wirklich dahinter stehen würden. Da sehen wir flächendeckend, wenn wir das gesamte Land betrachten, eigentlich sehr viel mehr Zurückhaltung bei den Klimaschutzabkommen mitzumachen. Und vieles von dem, was wir in der Vorreiterrolle realisieren, kann unsere Verhandlungsposition gegenüber den USA schwächen. Dahingehend müssen wir mehr Druck ausüben. Da würde ich eher umgekehrt argumentieren, wenn die Energiewende bei uns nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich ein Erfolgsmodell ist, dann ist das der größte Beitrag, den wir leisten können, um diese Entwicklung international zu beschleunigen. Und die ist ja auch schon im Gang, wenn man sieht, dass die Schwellenländer heute höhere Zuwachsraten bei den erneuerbaren Energien haben, etwa als die OECD-Welt. Aber das ist nochmal eine andere Debatte. Ich würde gerne Themenfeld jetzt wechseln. Jetzt Spahn hat ja schon das Schichtwort TTIP in die Diskussion geworfen, finde ich auch richtig. Ich würde es aber gerne mal einbetten, damit es jetzt nicht wieder in so einen Plattenschlagabtausch mündet, einbetten in eine etwas systemischere Frage. Theoriegeschichtlich diese autoliberale Schule, die also sagt, Staat muss einen Ordnungsrahmen für die Märkte aufspannen. Von Ökologie war damals allenfalls am Rande die Rede, also von Umweltfragen, die bezog sich ja noch sehr stark auf die Nationalökonomie. Inzwischen sind wir wieder, muss man sagen, weil in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir auch schon mal einen sehr hohen Grad an Globalisierung, also an weltwirtschaftliche Verflechtung. Jetzt aber noch intensiver bewegen wir uns in einem Weltmarkt mit globaler Verflechtung, nicht nur von Kapitalströmen, sondern auch von Produktionsprozessen, also arbeitsteilige Produktion. Und Migration ist im Grunde auch ein Teil dieser zunehmenden Verflechtung auf globaler Ebene. Wie antwortet Politik denn auf diese Globalisierung von Ökonomie im Hinblick auf ihre Regulierungsfähigkeit? Versuchen wir uns möglichst abzuschotten oder versuchen wir möglichst weitgehende globale Regeln durchzusetzen? Ökologische Regeln, soziale Regeln, Fairness Regeln und wie machen wir das in der Situation, wo es ja nicht sowas wie eine Weltregierung gibt, sondern sehr komplizierte Verhandlungsprozesse zwischen Staaten mit ganz unterschiedlichen Interessen? Und was heißt das dann für TTIP? Könnte das ein Modell sein für Gestaltung von internationalem Handel oder sehen wir da vor allem eine Bedrohung? Willst du anfangen, Toni? Also mal jenseits vom Inhaltlichen sehe ich TTIP vor allem aus einem, also wie gesagt Schiedsgerichte und so weiter, aus einem Grund extrem kritisch. Weil es nämlich genau das, was wir im Grunde brauchen, nämlich das multilaterale System schwächt. Wenn du mit Ländern des globalen Südens sprichst, wenn du mit Ländern sprichst, die sich große Hoffnungen in die Entwicklungsrunde der WTO-Verhandlungen gesetzt haben, die haben den Eindruck, dass eben genau nachdem es eigentlich da Fortschritte gab, diese starken Bilateralisierung des internationalen Handelsregimes ein Rückschritt ist im Vergleich zu dem, was wir im Grunde in einer globalisierten Welt eigentlich brauchen würden, nämlich wir bräuchten eigentlich multilaterale Regeln und die haben den Eindruck, dass diese starke Bilateralisierung dazu führt, dass sie am Ende ausgeschlossen werden und nur noch in einem gewissen Umfang bereits vorhandenen Systemen beitreten oder auch nicht mehr beitreten können. Oder ein ganz simples Beispiel. Ich war gerade in Mali, also ich bin gestern erst aus Mali zurückgekommen. Mali ist ein extrem schwacher Staat, der unter ganz großen Problemen leidet, wo ganz viel Eigenverschulden drin ist. Aber das Hauptexportprodukt von Mali ist Baumwolle. Und Mali hat unter anderem deshalb so große Schwierigkeiten, weil der Baumwollmarkt weltweit darunter krankt, dass die USA Baumwollprodukte ihre Baumwollfarmer mit 4 Milliarden Euro im Jahr subventionieren. Daran wird sich durch TTIP überhaupt nichts ändern. Aber wenn du das jetzt letztendlich die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass die USA bereit sind, einen Handelsvertrag zu schließen, wo man diese Subventionen zurücknimmt, wird sogar sinken. Weil nämlich für ihr Haupthandelspartner haben sie TTP und für Europa haben sie dann TTIP, also für den pazifischen Raum und für Europa. Welchen Grund gibt es dann, noch ein Abkommen zu schließen, wo dieses schwache, arme und gefährdete Land mit aufgenommen wird? Es hat allerdings massive Auswirkungen. Dadurch, dass diese 4 Milliarden im Jahr ausgegeben werden in den USA, kommt dieses Land definitiv nicht auf die Füße. Und das wissen auch alle Beteiligten in Mali, dass sie nicht auf die Füße kommen. Wir machen deshalb MINUSMA, wir machen OITM, wir schicken Budgethilfe hin, wir machen intensive Zusammenarbeit und dieses Land geht konstant sozusagen in der ökonomischen Entwicklung nach unten. Dieses Land hat gegen diesen Subventionswettbewerb, den sich die reichen Länder leisten können, in dem Fall die USA. Das ist reiner Zufall, man könnte auch andere Beispiele nehmen, dann würde man bei der Europäischen Union landen. Also muss man gar nicht, aber in dem Fall ist es halt so. Haben die halt keine Chance und da wächst der Terrorismus, da wächst die Unsicherheit, da wächst die Instabilität und so weiter und so fort. Deshalb, das ist im Grunde meine Hauptsorge an diesen bilateralen Abkommen oder weniglateralen Abkommen, dass wir am Ende dann weite Teile des ärmeren Welt ausschließen und der Druck sozusagen, da ja Freihandel, wenn er klug gestaltet ist, Vorteile entwickeln kann. Aber der Druck so schwach ist, dass man diese Länder einfach mal über die Klippe springen lässt. Deshalb international geostrategisch wird immer als Hauptargument angeführt dafür, nee, ich würde das genau umgekehrt wenden. Geostrategisch ist das ein echtes Problem, was wir uns damit an den Hals schaffen. Herr Spahn. Darf ich jetzt eine andere Meinung haben, oder ist es zu viel Schlagabtausch? Aber ja, gut. Sie sollen jetzt nur nicht primär die Grünen beraten wollen. Ja, aber wir sind doch bei der Böll-Stiftung, da dachte ich für dich und die Überschrift. Wir können auch gerne, darum geht es ja gar nicht, aber ich dachte ein bisschen Kontroverse schadet eigentlich nicht. Doch, natürlich. Am Samstag Nachmittag lieber. So, jetzt zur Frage Freihandel. Zum Ersten, das größte Armutsabbauprogramm der letzten 25 Jahre war der Welthandel, die Globalisierung. Wenn Sie weltweit schauen, wie viele Menschen nicht mehr nur von einem Dollar pro Tag leben müssen, für wie viele es hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden, eine bessere Entwicklung gegeben hat, dann hat das vor allem mit Globalisierung und Welthandel zu tun. Und das überhaupt mal anzuerkennen wäre manchmal für die Debatten, die in Deutschland auch geführt werden, ein wichtiger erster Schritt. Zum Zweiten, es geht doch erstmal um Globalisierung. Viele haben ja schon Probleme mit der Idee der Globalisierung und von Handel überhaupt und halten das schon für Ausbeutung. Ergebnis ist eher ein anderes. Zum Zweiten, die Antwort, die wir vor allem gefunden haben im ersten Schritt, war die Europäische Union. Die ist ja nicht ohne Grund auch gestartet als vor allem Wirtschaftsverband. Das Herstellen eines Binnenmarktes, im Übrigen jetzt auch digitaler Binnenmarkt und anderes mehr aus der Erkenntnis heraus, dass wir auch als älter, als kleiner werdender Kontinent am Ende nur zusammen eine Chance haben. Und wenn wir uns auch ein Stück, das ist natürlich auch die Frage von Wohlstand, Freiheit, kommt alles mit da rein. Aber eben auch da verbünden und einen Markt schaffen, der bis zu 500 Millionen Menschen erstmal schon umfasst, frei von Zöllen und sonstigen Dingen. Das ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Wenn es um die WTO, Welthandelsvereinbarung geht, habe ich erstmal den Eindruck, die letzte Runde ist zum Beispiel in Indien ja eher gescheitert als jetzt irgendwie an einem der üblichen Bösen, dass da so richtig viel nicht passiert. Es geht alles langsam, sehr, sehr langsam. Und da ist schon die Frage, auch in Zeiten, wo wir, das mache ich doch etwas auch globalpolitischer, wo wir in Russland die Entwicklung haben, die wir haben, wo wir sehen, wie China sich seine Allianzen baut, wo wir gleichzeitig feststellen müssen, es wird möglicherweise deutlich vor TTIP fertig sein, dass die USA sich auch Richtung Pazifik orientieren und dort ein Freihandelsabkommen mit vielen Ländern, dort eine ganze Reihe von Ländern in einem verhandeln, ist schon die Frage, ob dieses TTIP jetzt jenseits aller Details, über die man reden kann, aber nicht auch die Chance hat, tatsächlich weltweit Standards zu setzen. Und zwar gute Standards zu setzen. Und im Übrigen auch, der Putin fordert uns jeden Tag heraus, unser System, unsere Art zu leben, unsere westliche, plurale Demokratie. Jeden Tag. Wir sind die Schwächlinge. Die da gerade am Brandenburger Tor demonstrieren, sind der Ausdruck der Schwächlichkeit des Westens. Das ist Putin. Es ist die Frage, ob die Länder, die westliche Demokratien sind, was dagegen setzen. Da gäbe es das Verteidigungsbündnis, NATO. Die Frage ist, schaffen wir auch ein Wirtschaftsbündnis, eine Einheit, das Setzen von Standards. Ich sage Ihnen voraus, wenn TTIP nicht gelingt, werden am Ende möglicherweise die USA mit China die Standards setzen. Ob das bessere Standards werden, weiß ich nicht. Und deswegen ist da schon auch eine große Chance drin, insgesamt für Länder, wir reden ja oft über Werte, die das Leben, was uns wichtig ist, miteinander eben sozusagen Maßstab zu sein. Ich fände ganz wichtig, da stimme ich Toni Hofreit dazu, dass das offen ist, beitrittsoffen in der Entwicklung auch für andere Länder. Meinetwegen sogar für Russland, wenn sie dann entsprechenden Handelsvereinbarungen beitreten wollen. Man muss das ja nicht als exklusiven Club machen. Aber es beinhaltet eben die Chance, sozusagen Standards zu setzen, an denen sich dann andere weltweit orientieren. Und es könnte ja dem einen oder anderen, ohne jetzt in die Details zu geben, in Deutschland, der da immer Angst hat, jetzt werden hier alle Standards rasiert, zu denken geben, dass mit genau dem gleichen Argument die Demokraten keinen Freihandel wollen in den USA. Weil sie Angst haben, dass die Sozialstandards der USA abgesenkt werden. Sehr spannend genug, dass die Debatte da genau die gleiche denn dann ist, was ja eher ein Indiz dafür ist, dass wir vielleicht manchmal einen sehr auf uns fokussierten Blick haben. Ich stimme zu, man muss mehr Öffentlichkeitsabkommen mehr aufklären. Ich frage mich manchmal, ein Handelsabkommen mit China würde wahrscheinlich so unauffällig durchlaufen wie alle 100 vorher auch. Da springt natürlich ganz viel mit rein in die Debatte, was auch mit anti-amerikanischen Fragen zu tun hat. NSA tut auch das Seine. Aber ich sehe darin die große Chance, tatsächlich Standards für die Welt zu setzen, auf einem Verbraucherschutz, Sozialstandards, in der Frage von Anforderungen, an die sich andere dann anpassen müssen. Sonst setzt irgendwann China die Standards, möglicherweise mit den USA, aber sicher nicht mehr Europa. Herr Fels. Ich habe diese Frage Multilateralismus versus präferenzielle regionale Abkommen in den letzten Wochen intensiv debattiert, unter anderem mit Sven Giegold. Ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann, dass die Regionalabkommen den Multilateralismus unterhöhlen oder aushöhlen. Es stimmt ein Stück weit dahingehend, dass in diesen Freihandelsabkommen, wenn es zustande kommt, Standards gesetzt werden, an denen man von Seiten anderer Länder in der Welt nicht mehr vorbeikommt. Und zwar auf etwas bezogen, was in der politischen Debatte nicht so eine große Rolle spielt, was aber wirtschaftlich unglaublich wichtig ist, was ja gerade diese nicht tarifären Handelshemmnisse ausmacht, nämlich unterschiedliche technische Standards, Zulassungsverfahren und Ähnliches. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, bei dem man mitbedenken muss. Und das bedeutet für den industriellen Standort Deutschland einen großen Vorteil. Von daher kommt der Hauptvorteil und an diesem Vorteil ist insbesondere die Bundesrepublik beteiligt. Letztlich werden die politischen Standards, die wir erhalten können mit TTIP, also dadurch, dass es schon relativ klar ist, sowohl was bestimmte Verbraucherschutzbestimmungen anbetrifft, als auch was Sozialstandards anbetrifft, als auch was Menschenrechtsstandards anbetrifft, befinden sich die USA sicherlich auf deutlich höherem Niveau als die Länder der Erde, die ohne weiteres bei einem bilateralen Freihandelsabkommen durchgehen würden. Also beispielsweise China oder Indien oder weite Teile Afrikas und dergleichen. Das strahlt schon auch aus auf die politischen Standards, was wir in diesem Freihandelsabkommen bekommen. Man muss ja die Dynamik mit berücksichtigen, die so etwas auslöst. Die Bestandsaufnahme heute ist der eine Teil, aber der nächste Schritt ist der, dass man dann auch immer in größerem Maße gemeinsam voranschreitet, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, was den internationalen Handel anbetrifft. Und das hat dann schon auch eine ganz andere Durchschlagskraft. Die Problematik der Landwirtschaftssubventionen, Sie haben das ja angesprochen, Herr Hofreiter, die sind in der EU genauso groß wie in den USA. Das ist natürlich so, dass wir da ein großes Problem haben. Ich bin keiner, der irgendwelche Subventionen verpflichtet. Ich glaube, das ist deutlich geworden auf dieser Konferenz. Ich würde sie auch in der Landwirtschaft insgesamt abbauen. Das kann weiterhin als Handelshemmnis bestehen bleiben. Aber wir haben natürlich auch viele, also ich meine, wenn wir TTIP haben, kann das verfestigt werden. Das ist ja Ihre Argumentation. Das kann passieren, gerade in der Baumwollwirtschaft, weil die EU hier ganz schwache Interessen hat, dass in irgendeiner Weise etwas verändert wird. Aber in anderen Bereichen der Landwirtschaftssubventionierung nicht, weil die EU sehr wohl Interessen hat, dass wir uns mit den Vereinigten Staaten auf ein niedrigeres Niveau einigen, dass man einen besseren Marktzugang haben möchte in die Vereinigten Staaten für verschiedene Produkte. Und das hat Rückwirkungen auf die Verhandlungen, die wir im Rahmen der WTO führen. Denn es ist tatsächlich so gewesen, dass die Doha-Runde deswegen nahezu gescheitert ist und in Bali nur mit einem faulen Kompromiss geschlossen werden konnte, weil vor allen Dingen die Schwellenländer, die hohe Subventionen auch an ihre Landwirtschaft zahlen, nicht bereit waren, davon abzuweichen und nicht bereit waren, ein Abkommen zu unterzeichnen, in dem man zu einem größeren Subventionsabbau im landwirtschaftlichen Bereich gekommen wäre. Bei allen Schutzmaßnahmen, die die Europäer und die Vereinigten Staaten den Schwellenländern einräumen wollten im Rahmen des Bali-Abkommens, war das ungeheuer schwierig. Letztlich hat sich Indien vorbehalten, da nochmal auszusteigen, wenn das politisch nicht in irgendeiner Form durchsetzbar ist. Also das ist natürlich eine Chance, die wir auch dann mit einem amerikanisch-europäischen Freihandelsabkommen haben, hier letztlich mehr Druckpotenzial zu entwickeln, auf die Entwicklungsländer hin, die sich bisher absolut, beziehungsweise die Schwellenländer hin, die sich bisher absolut sperren, multilaterale Abkommen zu schließen. Das heißt, dadurch kann eine neue Dynamik in den multilateralen Abkommen entstehen. Und das ist letztlich die Erfahrung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, dass in der Mehrzahl die regionalen Präferenzabkommen dahingehend günstig gewirkt haben. Toni, ich würde dir gerne für die Replik noch eine Frage mitgeben. Bisher, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, fällt ja auf, dass die grüne Kritik an TTIP vor allem transportiert, was man da befürchtet und was man nicht will. Habt ihr auch schon mal überlegt, so etwas wie ein Positivkatalog zu formulieren. Also welche Anforderungen ihr selbst verwirklicht sehen möchtet für ein Abkommen, was, sagen wir, für euch akzeptabel wäre. Ich meine auch, wir reden jetzt nicht über Parteipolitik mit Blick auf die Bredouille, in die natürlich die grün regierten Länder kommen, wenn es dann zum Schwur kommt, sagen über, sagen TTIP. Also zum Beispiel Verankerung positiv der ILO-Norm, also der internationale Arbeitsnorm, sagen in einem solchen Abkommen oder Kennzeichnungspflicht für Produkte im Hinblick auf ihren Schadstoffgehalt oder was auch immer, ja, gentechnisch, sagen modifizierte, sagen Produkte. Man könnte sich ja auch überlegen, was will man selbst an Kriterien, wenn man sagt, Handel muss fair sein? Bei Handel muss fair sein, da sind wir schon länger dabei, ganz viele Kriterien letztendlich, wie man sich das insgesamt vorstellen kann. Aber was wir gerade uns für TTIP vorstellen, ist im Grunde im ersten Schritt, weil nämlich all die anderen Details in einem Handelsabkommen zu verankern, was weiß ich, Verbraucherschutzstandards in einem Handelsabkommen, da kann man sehr drüber streiten, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber es gibt für TTIP, und das sind ja die Hauptvorteile von TTIP, in unseren Augen eine sehr sinnvolle und sehr einfache Lösung, nämlich das, was die italienische Ratspräsidentschaft vorgeschlagen hat, nämlich die hauptökonomischen Benefits sind ja die nicht tarifären Handelshemmnisse so im industriellen Bereich. Aus der Sicht, da gibt es den Klassiker weiße Kabel, grüne Kabel, da gibt es den Klassiker Blinker und so weiter. Ich glaube, es würde, wenn man sich auf diese Dinge konzentrieren würde, es würde kein Mensch sich darüber aufregen und es gäbe überhaupt keine heftige Debatte. Deshalb, warum nimmt man einfach nicht das Modell, wie es die italienische Ratspräsidentschaft vorgeschlagen hat, wir nehmen die Schiedsgerichte raus, weil die wirklich nicht zu entscheidend sind zwischen Europa und USA. Ich weiß, alle europäischen Länder sind nicht so hundertprozentig rechtsstaatlich, aber mit den Ländern haben die USA eh bereits längst bilaterale Handelsabkommen, also Rumänien und so weiter. Und in den USA ist es auch nicht immer so ganz einfach, als kleines Unternehmen zu klagen, das ist auch richtig, aber als kleines Unternehmen ist auf einem Schiedsgericht zu klagen nicht ganz einfach, weil du hast drei Millionen Grundkosten und so weiter und so fort. Du hast einen hochspezialisierten Rechtsanwalt, bla bla bla. Also für die ist das sowieso schwierig. Also lass uns die Schiedsgerichte rausnehmen und lass uns die bestimmten Dinge, in der sich USA und Europa total verhakt haben, rausnehmen. Denn es ist ja nicht so, dass sozusagen, so wie man die bisherigen Verhandlungen gesehen hat, es einen Wettkampf darum geht, dass man gemeinsam sozusagen die Standards erhöhen will. Also zum Beispiel die bisherigen Verhandlungen waren extrem davon belastet, dass die USA und Europa sich nicht einigen konnten über Finanzmarktstandards. Und was war da das Verhandlungsgeschichte? Es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, ah lass uns richtig vernünftige Finanzmarktregelungen schaffen, die so richtig toll sind. Nein, Europa hat verhandelt, was man so den Protokollen entnehmen hat, lass uns die Finanzmarktstandards senken. Und USA hat gesagt, wir können über alles verhandeln, aber euren Scheiß, den ihr bei den Banken beieinander habt, den nehmen wir nicht. Wir haben uns nach ganz, ganz großer Mühe einigermaßen, zwar komplizierte, aber in unseren Augen einigermaßen brauchbare Regeln für unseren Finanzmarkt gegeben. Das war schmerzhaft schwierig und total anstrengend und vieles ist von der Lobby zerschossen worden. Und wir haben keinen Bock, das jetzt wieder zurückzudrehen mit Hilfe von einem TTIP. Deshalb lass uns das schon mal den ganzen Finanzmarkt-Krusch rausnehmen. Da hat Europa gesagt, nee, aber der Finanzmarkt ist wichtig und wir brauchen euren Zugang. Und dann so, nee, aber wir wollen eure Regeln nennen. Wir können darüber reden, wenn wir gemeinsam die Regeln nach oben anheben. Hat die EU gesagt, das kriegen wir bei uns mit den Briten nicht durch, deswegen es geht nur darum, die Standards zu senken. Und so ging es dann bei anderen Verhandlungen im landwirtschaftlichen Bereich. Da war es genau umgekehrt. Da hat Europa gesagt, manches ist kompliziert. Wir haben da nicht höhere Standards wie ihr. Und da hat die USA gesagt, ja, aber eure höheren Standards, die ihr habt, die können wir nicht brauchen. Deshalb, wenn die Verhandlungen, und das kann man immerhin schon erkennen, so laufen würde, dass man darum ringen würde, dass man jeweils das Beste aus beiden Welten nimmt, dann wäre auch alles entspannter. Aber nach allem, vieles ist ja noch nicht verhandelt, vieles ist ja noch nicht diskutiert bei TTIP. Aber was man bis jetzt an den Protokollen gesehen hat, ging es immer darum, dass jeweils das Schlechterste aus beiden Welten genommen werden soll. Und die andere Seite, deswegen geht ja auch nichts voran, sagt, ja, aber das können wir bei uns vor Ort nicht durchsetzen. Und das ist überhaupt nicht so, wie es bei uns gerne dargestellt wird, dass der Schrott aus den USA kommt und die tollen europäischen Standards gefährdet. Sondern das ist völlig vice versa. Aber jeweils die eine Seite versucht, da zu sagen, wo sie schlechter ist, die schlechteren Standards dem anderen überzuhelfen. Und der wehrt sich verbissen dagegen. Und das ist halt etwas, wenn man sich den bisherigen Verhandlungsablauf sich anschaut, was einem so nicht so ganz glücklich stimmt. Und sich denkt, warum verhandelt ihr nicht anders? Warum sagt Europa nicht so, ey, das ist eine gute Gelegenheit, diese TTIP-Verhandlungen. Vielleicht können wir damit die Briten unter Druck setzen und eure besseren Standards zu uns überwälzen. Nein, man macht das glatte Gegenteil. Ja, okay, ihr habt da hohere Standards wie wir, kriegen wir bei uns eh nicht durch, lass uns zum nächsten Thema gehen. Also deshalb so, hm? Ja, aber dann ist auch die... Kurze Antwort, Herr Spahn, dann wechseln wir doch mal das Thema. Ja, aber dann ist ja die, dann ist aber doch die Lösung zu sagen, dann lassen wir das alles weg und machen nur ein paar nicht tarifäre Handelshemmnisse mir entschieden zu anspruchslos. Also das ist mir auch zu wenig visionär. Das mag ja alles sein, aber immer noch besser, als wenn man sich dann darauf einigt, dass wir gemeinsam die Standards gesenkt haben. Ja, was heißt da, warte mal ab. Wir haben uns bis jetzt angeschaut, was da gelaufen ist und bis jetzt gab es keine einzige blöde Verhandlung, wo die anderen gesagt haben, so ey, ist eine gute Idee, ihr habt höhere Standards, lasst sie uns übernehmen. Nehmen wir zum Beispiel diese schönen Kohlekraftwerke. Wenn wir die verdammten Grenzwerte der USA für die Kohlekraftwerke übernehmen würden, dann würde von den ganzen tollen, modernen Kohlekraftwerken, die wir in Deutschland haben, noch genau eines laufen. Alle anderen wären stillgelegt aufgrund der Grenzwerte der USA. Wenn man so TTIP verhandelt, nehme ich es. Ich weiß ja, erst mal freue ich mich ja das schon, wenn ihr so verhandelt auf Koalitionsverhandlungen, aber so verhandel ich die nicht, dass ich hier schon mal, nein, dass ich erst mal, dass ich nach und nach, so läuft doch Verhandeln nicht, dass ich nach und nach alle Felder räume und dann wird erst mal Differenzen natürlich aufgebaut, also Leute, und das in den offiziellen Protokollen nicht steht, also ich weiß nicht, wie ihr euch Verhandlungen vorstellt miteinander, wie nachher die Kompromisslinien schon mal aussehen könnten, so geht doch Verhandeln nicht. Deswegen würde ich mich auch nicht dran hangeln, was die da irgendwie in irgendwelchen Protokollen öffentlich machen, sondern lass uns doch am Ende das Endergebnis denn da mal bewerten. Natürlich muss man... Naja, es wird Ihnen ja nichts anderes übrig bleiben, als am Ende das Endergebnis zu bewerten. Am Ende, natürlich bringen wir Ideen ein, ich habe ja nicht gesagt, dass man nicht Ideen einbringt, aber dass man jetzt aus den, dass man Leute, ich weiß nicht, wie ihr verhandelt, wenn ihr was kauft oder so, aber wenn man vorher seine Position schon auf dem Tisch legt, kommt man nicht besonders weit. Ist so die Erfahrung, die ich so mache, im Münsterland zumindest, das mag in Berlin... Auf dem Pferdemarkt! In Berlin-Mitte anders sein, ich weiß es nicht. Und insofern... Ich wusste gar nicht, dass Sie so bodenständig sind. Ja, ja, ja. Würde ich diesen Anspruch noch gar nicht aufgeben wollen, dass man auch einen Teil... Weil wenn es wirklich gelingen sollte, Finanzmarktregulierung zwischen den USA und der Europäischen Union zu machen, das wäre so ein Signal für die G20 und für den ganzen Rest der Welt, dass wir wahrscheinlich damit weltweite Standards setzen würden. Das ist im G20... Ja, bei Finanzmarktregulierung passiert tatsächlich im G20 gerade mehr, als manch einer erwartet hat. Das ist ja auch alles richtig. Und im Bereich von... Ja, lassen Sie mal abwarten, dass ihr immer schon alle die Ergebnisse kennt. Wenn das in anderen Bereichen auch so läuft, setzen wir Standards, die wahrscheinlich ein Stück Vorbild für den Rest der Welt werden. So, wenn ich weiß, wie Europa sich entwickeln wird. 7% der Weltbevölkerung, 25% der Wirtschaftskraft, 50% der Sozialausgaben. Das projiziere ich für in 20 Jahren. Guck mir an, was in Indien passiert, was in China, in Südafrika, Brasilien und den USA passiert. Dann weiß ich, so viel Zeit wird es nicht mehr geben, wo überhaupt einer mit uns auf Augenhöhe diese Fragen verhandelt. Sondern irgendwann werden die von anderen verhandelt. Und dann können wir uns anpassen an die Standards, die andere setzen. Und da möchte ich eigentlich nicht hin. Okay. Wir nehmen jetzt noch ein Thema in den verbleibenden Minuten, was glaube ich für politisch beide Parteien und für vermutlich alle im Raum doch ein zentrales ist. Wenn wir über ökologische und soziale Marktwirtschaft reden, den ökologischen Teil haben wir jetzt wenigstens sein gestreift. Was ist eigentlich mit der sozialen Seite? Erhard wurde ja legendär, Ludwig Erhard wurde legendär mit diesem Satz, programmatischen Satz, Wohlstand für alle. Das war das große Versprechen der Nachkriegsgesellschaft. Und das war vor allem ein Versprechen an sozialer Teilhabe über Erwerbsarbeit und wirtschaftliches Wachstum. Das war sozusagen die Lokomotive, die dazu führen sollte, dass alle Teile der Bevölkerung nicht unbedingt gleichmäßig, aber sie würden alle teilhaben, wenn das Niveau steigt, dann steigt auch ihr Lebensstandard. Das hat ja auch über ein paar Jahrzehnte ziemlich gut funktioniert in der Bundesrepublik. Die Frage ist, ist das noch das Modell, auf das soziale Teilhabe und soziale Sicherung gegründet werden kann in Zukunft? Also was sind die Schlüsselfragen, um soziale Gerechtigkeit, soziale Teilhabe und ein gesellschaftliches Gefühl von Zugehörigkeit noch in Zukunft zu gewährleisten? Müssen wir da was ändern an dem jetzigen Setting, wo soziale Sicherheit an Erwerbsarbeit und die Sozialversicherungen werden über Beiträge auf den Lohn usw. finanziert? Brauchen wir da einen Systemwechsel? Oder müssen wir stärkeres Gewicht legen auf öffentliche Güter? Also Finanzierung von Bildung, Erziehung, öffentliche Verkehr, Kultur, also das, was sowas wie das Gemeinwesen ausmacht? Oder müssen wir einen radikalen Systemwechsel diskutieren? Das ist hier gestern ja auch kurz angeklungen, bedingungsloses Grundeinkommen als Basis für soziale Teilhabe. Wie ist da, was heißt soziale Marktwirtschaft in Zukunft? Wollen Sie anfangen? Also ich versuche es mal mit drei, vier kurzen Thesen. Die erste These, nach meinem Eindruck und deswegen fand ich auch die Debatten zum Bundestagswahlkampf 2013 die falschen, ist das Hauptgerechtigkeitsthema in Deutschland nicht Verteilungsgerechtigkeit im Moment. Wir haben gehört, die Schere schließt sich eher wieder, auch dadurch, dass Arbeitslosigkeit sinkt, im Übrigen auch Zinserträge und Kapitalerträge sinken. Wir haben massive Umverteilung, ist auch richtig, nicht, dass ich die in Frage stelle. Wir haben massive Umverteilung im Steuersystem, die 10% mit dem höchsten Einkommen zahlen 50% der Einkommensteueraufkommens und anderes mehr. Unser Hauptthema, man kann an verschiedenen Stellen immer noch ein bisschen was tun, aber jetzt mal Hauptfokus, Problem Deutschland ist nicht Verteilungsgerechtigkeit und am Ende auch nicht materieller Wohlstand. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Armutsbegriff, den wir heute haben, der ist natürlich immer gesellschaftlich relativ definiert, das wäre in den 60er Jahren Luxus gewesen. Also ich glaube nicht, dass materielle Fragen im Vordergrund stehen, sondern, dann bin ich bei der Frage Chancengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe. Das ist ja auch eher etwas, was christlicher Soziallehre entspricht, eben nicht nur, oder auch das, was 2004 die großen Reformen Agenda 2010 fordern und fördern mit umfassen. Wie gebe ich die Chance, die Möglichkeit, das Angebot tatsächlich auch zu gesellschaftlicher Teilhabe zu kommen. Da sind wir im Bildungssystem immer noch in weiten Strecken desaströs. Da können wir, glaube ich, eine lange Debatte hier gemeinsam drüber führen. Ich finde, wir diskutieren auch zu viel über Schulformen und zu wenig über das, was in den Schulen passiert. Zum Beispiel, meine Erfahrung jedenfalls aus Schulklassen, die mich hier besuchen, ist, dass die Schulformen gar nicht so einen großen Einfluss hat, sondern eher die Frage, welche Lehrer du da hast, was bei den Schülern so rumkommt und anderes mehr, aber mehr den Fokus darauf. Und ich glaube, es war ein Fehler der Debatten und die waren ja auch nicht erfolgreich im Wahlergebnis von 2013, Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja auch die Debatten, die so in SPD und Grünen, wie ich es wahrgenommen habe, geführt werden, sondern eher, und das müssen auch meine Parteien noch stärker tun, das Thema Chancenbildungsteilhabegerechtigkeit nochmal zu adressieren. Ein letzter Punkt, da habe ich auch noch keine Antwort, was natürlich massiv das ganze soziale Sicherungssystem, ich komme jetzt aus der gesetzlichen Krankenversicherung sozusagen, die ich zwölf Jahre mitgestalten durfte und Rentenversicherung. Mit der Digitalisierung, neuen Arbeitsformen, die Frage von Selbstständigkeit, abhängiger Beschäftigung, Wechsel, den es da gibt und vielen anderen mehr, Crowdworking und ich kann noch gar nicht sagen, ob das alles nur so Spleens sind, die jetzt ein paar Jahre gehen oder ob sich das irgendwie verfestigt, aber da passiert so viel im Moment, dass die bismarckischen Sozialsysteme von ihrer Logik her wahrscheinlich nicht, zumindest keine ausreichende Antwort darauf sind. Ob man aus ihrer Basis heraus die Dinge weiterentwickeln kann oder was Neues entwickeln muss, muss man dann schauen, ich habe da noch keine Antworten drauf. Ich sehe nur, zum Beispiel kleine Selbstständige sind eigentlich, die haben es mit am schwersten, was soziale Altersarmut, was soziale Absicherung, Krankenabsicherung und anderes angeht. Das ist eigentlich fast eine Gruppe, wenn man von neuer sozialer Frage redet, die es mit am heftigsten mal trifft und darauf haben wir, die haben wir noch gar nicht genug im Fokus, was da passiert, auch in der Sozialpolitik nicht und dafür haben wir noch nicht die richtigen Antworten. Vieles davon würde ich teilen. Ich finde, man sollte sich bloß bei der Abgabenlast in einem Punkt ehrlich machen. Das bei der Einkommensteuer stimmt, die ist progressiv. Wenn man die gesamte Abgabenlast betrachtet, ist sie regressiv. Denn das Entscheidende ist doch spätestens, wenn man die Gesamten nimmt, bei den wirklich Wohlhabenden nimmt die Abgabenbelastung an der Spitze wieder ab, bei Abgeltungssteuer und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn Sie indirekte Steuern zusammennehmen, wenn Sie Sozialabgaben zusammennehmen und wenn Sie Einkommensteuer zusammennehmen, dann haben wir keine so stark progressive Kurve, wie es die Einkommensteuer alleine darstellt. Also wie gesagt, Mehrwertsteuer, alle indirekten Steuern, wenn man alles zusammennimmt, dann landen wir in der Spitze sogar in einem regressiven System. Das heißt, höhere Einkommen zahlen prozentual dann irgendwann wieder weniger. Was wie gesagt auch mit der Abgeltungssteuer zu tun hat. Das finde ich, so viel kann man ehrlicherweise sagen. Aber um so viel mal vorweg gesagt zu haben, ist es trotzdem in unseren Augen oder in meinen Augen so, dass durchaus die stärkere soziale Frage in Deutschland die Frage von Chancengerechtigkeit, von Teilhabe ist. Die Frage nach öffentlichen Gütern, nach funktionierenden Schulen, nach Schulen zum Beispiel hier in Berlin. Hier in Berlin stellt man fest, dass ein bestimmter Teil der Gesellschaft, insbesondere der gut gebildete Teil der Gesellschaft, in so einem hohen Prozentsatz alles versucht, um seine Kinder auf Privatschulen zu schicken. Warum eigentlich? Ich meine, da gibt es Gründe dafür. Ich meine, manche der Gründe sind nur imaginiert, muss man ehrlicherweise feststellen. Wenn man dann den Bildungserfolg feststellt, sind manche der Gründe eher imaginiert, dass diese Privatschulen angeblich so viel besser sind als die öffentlichen Schulen. Wenn du dann genau in die Statistik reinschaust, stellst du fest, oft sind sie es gar nicht. Sondern eher ist es so ein Dünkelgefühl sozusagen. Ich will nicht, dass meine Kinder mit diesen Kindern beisammen sind und so weiter. Aber das heißt, im Bereich der Chancengerechtigkeit haben wir wirklich eine ganz, ganz große Baustelle. Und da war vorher ja davon die Rede, dass die Länder immer weniger Einfluss haben. Die Länder sind für Bildung zuständig. Ich halte es für eine der ganz, ganz zentralen Punkte. Und da sind sie fast alleine zuständig. Da quatscht ihnen der Bund praktisch nicht rein. Wir haben 16 verschiedene Bundesländer. Ja, verdammt nochmal, warum kriegt es da denn keins so richtig gut zustande? Also, sie wären besser im Moment. NRW wird gerade besser. Aber ja, kommt immer darauf an, von welchem Standard das man kommt. Nee, aber trotzdem, da wird, wie gesagt, inhaltlich auch manches besser. Sage ich nicht nur, weil Silvia Lörmann da gerade Bildungsministerin ist, sondern da gehen auch bestimmte Indizes nach oben. Aber das ist eine der ganz zentralen sozialen Fragen für mich. Wie kann man Bildungspolitik wieder so organisieren, dass es nicht entscheidend ist, welche Eltern du hast, sondern dass entscheidend ist, was du kannst. Ich meine, das ist ja auch total leistungsungerecht. Ich meine, was soll denn das Ganze? Wieso ist es abhängig davon, was deine Eltern besitzen oder welche Bildung deine Eltern haben? Ja, das ist ja Bildungsfeudalismus. Das hat ja gar nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Man könnte das auch neoliberal exakt durchargumentieren, warum unser Bildungssystem im Grunde überkommen ist. Im Grunde ein feudales System ist. Ein ererbtes System ist von Rechten. Also das kannst du von links argumentieren, das kannst du allerdings auch von neoliberal argumentieren, warum das ein Quatschsystem ist. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Dann glaube ich, die ganze Sache mit den öffentlichen Gütern. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie kommen wir da hin? Aber man muss dann am Ende auch schon dafür sorgen, dass die Gesellschaft so organisiert ist, dass wenn sich jemand ausreichend angestrengt, teilgehabt hat, bemüht hat, dass er dann auch eine ehrliche Chance hat. Und ich glaube, man muss auch als Gesellschaft noch was anderes machen. Denn es wird immer Leute geben, die Pech haben. Es wird immer Leute geben, die ungeschickter sind. Es wird immer Leute geben, die langsamer sind. Und dass man dann jetzt mit so einer, ey, wir haben jetzt alles total chancengerecht organisiert und du hast halt verloren. Und ja, aber für den gilt auch eine Würde. Und für den gilt auch eine Teilhabe. Das heißt, man wird auch dafür sorgen müssen. Und ich glaube, das wird komplizierter werden. Weil nämlich mit, ich glaube gar nicht, dass da Digitalisierung so das ganz neu ist, sondern wenn wir uns die letzten 40, 50 Jahre anschauen, was hat denn konstant abgenommen? Einfache Beschäftigung, simple Beschäftigung, wo du wenig wissen musst. Diese Anzahl der Arbeitsplätze sind konstant zurückgegangen. Und deshalb glaube ich, werden wir uns auch da überlegen müssen, wie können wir das so gestalten, dass Menschen, die weniger schnell, weniger geschickt oder weniger Glück hatten, da auch ein würdevolles Auskommen finden. Herr Professor. Ja, also. Ja, Herr Professor Feld. Also müssen wir angesichts von Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, des demografischen Wandels in der Bundesrepublik und strukturell sinkender Wachstumsraten, müssen wir unser soziales Teilhabe- und Sicherungssystem reorganisieren. Nein. Also ich habe auf dieser Konferenz mehrfach das argumentiert, was ich eben auch in meiner Zusammenfassung gesagt habe. Im Grunde haben wir das Verteilungsproblem, das immer wieder behauptet wird, seit 2005 nicht mehr. Der Grund, doch, es stimmt absolut, schauen Sie sich die Zahlen an, dann schauen Sie sich nochmal alles an. Ich setze mich gerne auch mit Ihnen hin. Sie haben es gestern schon mal behauptet und Sie haben offensichtlich die Zahlen nicht richtig angeschaut. Lassen Sie mich mal zu Ende reden. Sie können gerne nachher nochmal mit mir drüber reden. Es stimmt nicht, was Sie behaupten. Wir haben seit 2005 keine Zunahme der Einkommensungleichheit der Markteinkommen mehr und wir haben seit 2005 auch keine Zunahme der Einkommensungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen mehr. Der Grund dafür, trotz aller Faktoren, die das hätten weiter nach oben treiben müssen, wie beispielsweise die Zunahme der Einpersonenhaushalte, die Zunahme älterer Beschäftigte aus demografischen Gründen, die sind weiter vorangeschritten und trotzdem haben wir eine Stagnation der Einkommensungleichheit. Der Grund dafür ist die Zunahme der Beschäftigung und der Abbau der Arbeitslosigkeit. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Was war der Zwischenruf? Ich komme dazu. Es ist aber trotzdem wichtig, diesen Punkt genau zu sehen. Denn dann kann man anknüpfen und fragen, was ist denn die richtige Sozialpolitik? Und da gilt weiterhin, Sozial ist was Arbeit schafft. Das heißt, wir müssen darauf abzielen, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Beschäftigung kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bestreite das behauptete empirische Faktum, dass wir ein Steuersystem haben, das regressiv ist. Es ist nach unseren Berechnungen proportional, was heißt in der Summe zahlen diejenigen, die höhere Einkommen haben, mehr als diejenigen, die niedrigere Einkommen haben. Es ist in der Summe nicht progressiv, das ist klar, aber es ist proportional. Ich bestreite genauso das behauptete empirische Faktum, dass wir bei der nicht qualifizierten Arbeit oder der gering qualifizierten Arbeit einen ständigen Abbau haben. Das ist seit 2005 ebenfalls zu mehr liegen gekommen. Und das, was wir im Zuge dieser Diskussionen um Industrie 4.0 und ähnliches in der Zukunft erwarten, das ist eigentlich nicht eine Abnahme der Beschäftigung der unqualifizierten Arbeit, sondern das, was unter Druck geraten wird, sind die Routinetätigkeiten. Die Routinetätigkeiten. Und das trifft stärker die mittleren Einkommensschichten als die unteren und die oberen. Denn die unteren werden weiterhin gebraucht werden, wenn wir sie nicht durch den Mindestlohn aus der Beschäftigung wieder rausgenommen haben werden. Die prekären Dienstleistungen. Das ist, egal wie Sie es nennen wollen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir wieder in eine Welt hineinlaufen, in der sogar die Definition, die Sie bemüht haben, nämlich das normalen Arbeitsverhältnis, gar nicht mehr existiert. Denn wir haben diese Normalität nicht. Ich fand das immer schwierig, von prekär und normal mit diesen Klassifikationen zu arbeiten, weil das gar nicht den Wünschen der Beschäftigten entgegenkommt. Der Punkt, den wir beobachten in den Industrien, die diese Flexibilität heute schon haben, in den Ländern, in denen das der Fall ist, das ist ein Arbeitsverhältnis, das völlig jenseits der Arbeitsverträge ist, die wir in Deutschland typischerweise als normal bezeichnen. Schauen Sie sich an, was im Silicon Valley passiert. Die Leute interessieren sich überhaupt nicht mehr für irgendwelche Arbeitszeiten. Die kommen morgens um elf oder kommen um neun, gerade wie sie Lust haben. Und sie bleiben so lange, wie sie an einem Projekt arbeiten möchten. Das ist oft projektbezogen. Es ist oftmals so, dass es nur temporär ist und befristet. Wir haben ganz unterschiedliche Verhältnisse, die da existieren und letztlich werden damit trotzdem relativ hohe Einkommen für die so Beschäftigten generiert. Das heißt also, Sie müssen die Sozialpolitik immer mit dem Arbeitsmarkt zusammen sehen. Und entscheidend ist, ich kann es nur nochmal wiederholen, wie kriegen wir die Leute in Beschäftigung? Das ist der entscheidende Punkt. Mit den Maßnahmen, die wir jetzt zuletzt in dieser Legislaturperiode gesehen haben, schafft man das nicht. Das ist ganz eindeutig so. Das wird es uns nicht erleichtern, flexibler zu werden in Zukunft. Auch die Entscheidungen, die noch anstehen bei der Regulierung der Leiharbeit, der Werkverträge und so weiter, das wird es uns nicht erleichtern, mehr Beschäftigung zu bekommen. Gerade für diejenigen, die wir in Zukunft sicherer ausgestalten wollen. Und Sie haben das Bedingungslose Grundeinkommen angesprochen. Das hilft in dieser Hinsicht nicht weiter. Es ist zu teuer, lässt sich nicht finanzieren. Es ist so ausgestaltet, in aller Regel bei allen Vorschlägen, die ich kenne, dass die Arbeitseinreize zu gering sind und man einen zu großen Anreiz hat, in diesem System drin zu bleiben, nicht rauszukommen. Und deswegen halte ich von einer solchen sozialpolitischen Maßnahme nichts. Das heißt, mit anderen Worten, das, was wir geknüpft haben, mit den Reformen der Vergangenheit, an dem gegenwärtigen Sozialsystem Veränderungen herbeizuführen, war richtig. Aber im Grundsatz muss man dieses Sozialsystem nicht in Frage stellen. Vielen Dank. Abschließende Bemerkungen. Jens Spahn, Toni Hofreiter. Wenn Sie in die Verlegenheit kommen sollten, in der nächsten Bundesregierung ein maßgebliches Wort mitzusprechen, was wäre denn Ihre zentralen Projekte, um dieses Leitbild ökologische, soziale Marktwirtschaft voranzubringen? Ich gebe zu, das ist ein bisschen überfallartig. Das ist ja nicht im eigentlichen Sinne eine Kommissionsverhandlung. Nein, nein, nein. Ich glaube, die würde ich auch nicht mit Dokumenten, die öffentlich werden, führen, wie gesagt. Aber unabhängig davon, es ist halt ein Punkt, der mich in der letzten Zeit viel mehr beschäftigt ist, was ist jetzt nicht nur ökologisch, sondern generell die Frage, weil das ist ja auch ein Teil der Frage bei Innovation auch im ökologischen Bereich, ist das Thema Bildungspolitik. Wir haben leider keine Zuständigkeit, das beschäftigt mich mehr und mehr, weil immer mehr sagen auch, eigentlich brauchst du gerade, weil diese Routinetätigkeiten wegfallen, viel mehr Leute, die die Kreativität haben, gelernt haben. Das ist etwas, was man als letztes lernt an unseren Schulen. Und die Frage von Diskutieren und anderen. Also eigentlich ist unser Kernthema in allen Feldern, und das sagen wir ja mittlerweile auch in jeder Konferenz, aber es passiert so wenig, das Thema Bildung. Und die Frage, wie daraus Innovationen entstehen und am Ende geht ökologische, soziale, whatever Wirtschaft nur, insbesondere in einer älter werdenden Gesellschaft, wenn wir innovativ bleiben. Und das ist der eigentliche Schlüsselpunkt Bildung. Übrigens auch für die, vielleicht das mal sagen wir, ganz oft dieses Narrativ, diese Woche bin ich bei den anderen Stiftungen, viel war bei der Ebert Stiftung in Bonn am Montag, und da sagte irgendjemand, Einkommen und Gesundheit und umso ärmer, umso kränker und so, das ist eine Korrelation, das stimmt. Ich glaube, die Kausalität ist anders. Man kann auch mit relativ geringem Einkommen gesund leben, das ist eine Bildungsfrage. Eine Bildungsfrage. Oft korreliert Bildung und Einkommen, das stimmt. Aber das eigentliche Thema dabei ist Bildung, nicht Einkommenssituation. Und da viel stärker drauf zu fokussieren, das ist auch etwas, was mein Laden noch ein bisschen lernen muss. Vielen Dank. Das war doch eine Antwort. Toni? Na ja, zur Bildung ist ja vieles gesagt worden, dass wir eine gute Bildungspolitik brauchen, das ist ja unstreitig. Aber ich glaube, das wird nicht das zentrale Streitpunkt für eine nächste Bundesregierung sein, weil da die Kompetenzen überschaubar sind. Ich glaube, die entscheidenden Maßnahmen werden sein, dass es uns gelingt, eine ökologische und in Teilen auch soziale Transformation unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft so hinzukriegen, dass unsere Wirtschaft innovativ bleibt, aber auch hier bleibt. Also das heißt, dass wir das richtige Maß erwischen, zwischen dem, dass wir sie unter Druck setzen, dass sie was tun, aber nicht so sehr unter Druck setzen, dass sie dann weg sind und wir nichts anderes wie Carbon Leakage betreiben. Nämlich, zu mir kommen häufig Wirtschaftsunterrichter so, ach, wollen sie wirklich uns so hart regulieren, dann gehen wir alle pleite. Dann sage ich, nee, das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen, dass ihr hier im Land bleibt und prosperiert. Wenn ihr außer Landes geht, dann haben wir keinen Zugriff mehr auf euch. Wir wollen euch weiter regulieren. Und deshalb wollen wir, dass ihr hier bleibt. Und das trifft auch auf die Autoindustrie zu. Wir wollen natürlich CO2-Grenzwerte, die die Autoindustrie innovativ hält. Aber wir wollen keine CO2-Grenzwerte, die sie außer Land jagt. Und bis jetzt haben wir da die Balance nicht erwischt richtig. Nämlich, alle so richtig marktgängigen, nicht alle, aber ganz viele spannende Sachen kommen immer zuerst von Toyota auf den Markt. Verdammt nochmal, warum immer zuerst von Toyota? Und jetzt kann man sagen, ja, sie sind der größte Autokonzern und du brauchst in dem Fall, auch wenn wir uns manchmal mit großen Konzernen anlegen, brauchst du eine Mindestgröße und das durchzusetzen. Verdammt nochmal, wir haben VW hier im Land und BMW und Mercedes sind auch nicht so ganz klein. Warum ist es immer so, dass Toyota zuerst dran ist und immer innovativer am Ende ist bei spannenden Technologien? Wir gehen jetzt dann in die Fertigung von einem wasserstoffelektrischen Auto. Das wird das erste Null-Emissions-Auto sein, zumindest wenn man Wasserstoff richtig produziert, das eine echte Reichweite hat, dass du wie ein normales Auto benutzen kannst. Das machen sie auch teilweise, weil die japanische Regierung sie dahin reguliert. Das ist nämlich das Spannende. Und wenn du dann in Japan bist, wenn du dann in Japan bist und mit der Mercedes-Vertretung von Japan sprichst, in Japan, was sagt dir dann Mercedes, warum Toyota so innovativ ist? Dann sagt dir der Mercedes-Vertreter, naja, die haben halt auch eine strengere Umweltpolitik wie wir. Und dann denke ich mir so, hallo und was wünschst du dir? Ja, dann sagt er, ja eigentlich würde ich mir das auch für Europa wünschen. Bloß, wir haben da halt einen Konflikt in unserem eigenen Unternehmen. Wir haben da die Betriebsler, die sagen, wir wollen jetzt hohe Gewinne und wir haben da die Forschungsabteilung, die sagt, ja, wir wollen in fünf Jahren hohe Gewinne. Und in Europa gewinnt halt so oft die Betriebler und so selten die Forschungsabteilung. Und in Japan auch aufgrund einer anderen kulturellen Tradition gewinnt, weil nämlich öfters die Forschungsabteilung. Und bei Toyota gewinnt sogar immer die Forschungsabteilung. Ja, das ist richtig. Deswegen haben die manchmal auch schon schwere Zeiten erlebt. Aber langfristig gewinnt da immer die Forschungsabteilung. Das heißt, wir haben ein ganz großes Interesse daran, genau diesen schmalen, aber wichtigen Grad zu erwischen aus nicht vertreiben und wirklich innovativ zu halten. Das heißt, das wird die entscheidende Aufgabe für die nächste Legislatur in dem Bereich sein. Vielen Dank. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen und wollen es auch. Herr Feld muss zum Zug, andere wahrscheinlich auch. Was Toni Hofreiter am Schluss gesagt hat, liegt ziemlich nah an einem Beitrag von Winfried Kretschmann für unser Dossier, das Sie im Internet unter www.böll.de nachlesen können zu dieser Konferenz. Der brachte das nämlich auf die Formel immer stimulieren, niemals strangulieren. Man könnte es auch als eine Kombination von Druck und Anreizen beschreiben. Und das führt tatsächlich mitten ins Zentrum dieser Debatte über ökologische Marktwirtschaft. Also einen handlungsfähigen Staat, der tatsächlich Ziele und Leitplanken setzt für die Ökonomie und das auch durchaus offensiv tut, ohne Eigeninitiative und Wettbewerb und Kreativität abzuwürgen. Das ist genau die Gratwanderung, die wir da finden müssen. Ich hoffe, dass die Konferenz wenigstens ein paar Fingerzeige in diese Richtung gegeben hat. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten bedanken, bei Ihnen im Publikum und nochmal bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die das vorbereitet haben. Ute Brümmer, Monika Steins, Carmen Herzog, Suha Agamedi und andere. Das war ein gemeinsames Projekt der Inlandsabteilung. Herzlichen Dank dafür und auf Wiedersehen.